joo servus liebe leute von heute und morgen hier ist der white raven und wir machen bei check it aligns weiter wir spielen wieder co-op und mein kollege wollte mein freund und kollege da kann ja bescheid geben hier was wir jetzt hier machen hier sehr wussten wir nähern uns dem end geben wir haben ja zwar nicht alle quest gemacht aber wenn er uns trotzdem entgehen was wir jetzt heute machen ist eigentlich ein ziemlicher gewaltmarsch und zwar wir gehen zuerst nach f19 man fühlt man sich gar nicht das ist so rum musste so rumlaufen naja was soll es läuft so dann werden wir hier halt noch eine diamantlieferung abfangen bei der gelegenheit das ist irgendein angriff auf irgendein sektor und zwar von pantagruel automatisch auflösen okay wir haben nicht mal einen miliz verloren schließen f19 dort werden wir einen alten bekannten treffen und befreien wir werden die nicht rekrutieren weil wir uns jetzt irgendwie dafür entschieden haben mit nur eines gut zu kämpfen sie nachdem wir das getan haben werden wir weiter nach e16 gehen dort werden wir einen außenposten den letzten befreien von dort uns durch ile murat kämpfen das komplett befreien danach steht eigentlich schon der gewaltmarsch richtung dem major weiß nicht ob wir das dann heute noch schaffen wir können es versuchen nachdem wie gut wir vorankommen also der major kampf ist sozusagen dann der vorletzte kampf im gesamten spiel von dort geht es dann nur noch runter nach ernie und dann direkt nach haffir und dort ist dann der endkampf aber erst mal gehen wir nach f19 play was will dieser wir haben glaube ich es kann sein dass wir 100 prozent bei pantagruel erreicht und das bedeutet da will sich zurückziehen und uns die mine überlassen ja können wir bei gelegenheit machen was naja die minen gehen irgendwann zur neige also leer aber bei 1,2 million dollar ja von daher sind mir die minen relativ egal so unser erster kampf gegen legion aber wir haben offensichtlich auch ein bisschen armado wir haben eine armee trupp hier einen kleinen und legion das ist eigentlich ziemlich dämlich wenn ich ehrlich bin weil die sind nicht auf einer seite laut der story aber in diesem fall kämpfen die auf einer seite ich weiß nicht ob das spiel hier irgendwie ein bisschen versagt hat oder ob die auch gegeneinander kämpfen werden das werden wir gleich sein aber ich vermute mal dass die zusammen gegen uns kämpfen also verbündet sind obwohl das eigentlich kann sie noch ok camp bian chin so wir platzieren uns irgendwo nicht vergessen auf einsatz und dann schleich modus ja gut so achtung das fette arschloch hier das ist einer der gefangenen dass ich allerdings bei den wachen eingeschleimt hat und da wird es auch um es zukommen und sein gespräch aufdrücken ja das ist eine inspektion du arbeitest für die wachen stehe ab du hast den test bestanden ehrlich oder machen lieber kappt das ist kein schönes lachen tschüss normal wenn du das machst verratet hätte ich nicht außer dann werden wir eh das feuer bald öffnen von daher wissen sie aber dass wir da sind kann der fiel der könig sich auch mal so der eine ist da irgendwo gerannt ich versuche mir jetzt nur eine position zu ergattern wo scheiße hochschweißer scheißer scheißer ja jetzt siehst du dann einen schützenweteran da nichts schützenweteran oder keine keine sicht ja jetzt jetzt hast du keine sicht aber es ist ein schützenweteran das wäre ein ein sehr gutes ziel für eine scharfschützen weil der ego will da hin aber der kann doch nicht hinweilen aber da kommt schon der nächste achtung da ist von der ober der kommt nicht so ohne weiteres der haut ab wieder pass auf ich bewege mich grad warte kurz bevor du was machst ich mache nichts ich warte bis der weg ist und geht die nicht da hoch naja ok dann gehe ich wieder runter ich verstehe um ehrlich zu sein auch nicht warum ich nicht die sicht auf ihn bekomme noch außer Sichtweite aber ich habe auch ein ganz komischer angebot von ihm ok du hast es erledigt das war eine rakettenschütze der musste aber haben die einen scheiß gebaut nein haben sie nicht ich habe acht schützen in meiner waffe ja und einen zum nachladen ich habe keine fernkämpfer so wie du überwiegend sondern ich habe keine fernkämpfer so wie du überwiegend sondern jetzt hör doch mal was gescheites jetzt läuft er mir aber weg warte noch warte bitte noch ich warte ich sagte bescheid wenn ich in position bin weil ich will die in der kaserne dann von hinten angreifen werden wenn du sie von vorne quasi aktiviert hat sozusagen und die wissen was von mir und dann stehe mich von hinten durch die tür in die kaserne und schmeißt granaten und alles rein was ich habe ok lass auf jetzt muss ich aber gleich was ich mache ich bin so weit ja jetzt ja ich bin so weit shit jetzt ist er wieder weg wobei ah jetzt bin ich außer irgendwas hast du gemacht ich bin nicht in einer anderen zwei Leute zuerst irgendwo platzieren die sind schon ok ich sehe es gerade ja ich bin nicht in einer anderen zwei Menschen doch auch hier her gehen und ah ah was soll denn das ah jetzt sind sie wieder unsichtbar jetzt aber kommt Das wird trivial sein. Ja, wir haben Rundenmodus aktiv. Die werden sich gerade nicht bewegen. Du kannst höchstens Feuerschuss platzieren. Mit LifeWire werde ich auf jeden Fall mal so eine Art Blockade hier richten. Mit den anderen beiden mache ich im Moment noch nichts. Ich muss die Kräfte etwas splitten. Wenn ich jetzt von hinten in die Tür rein stürme, dann kämpfen Barry und Igor alleine gegen die ganze Besatzung. Die müssen rausrennen. Eventuell müssen wir einfach nur Feuerschutz platzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob Bunz so dringend immer jeden Schuss machen muss mit der knappen Munition, die sie hat. Vielleicht Colt auch etwas schießen lassen. Da kommt niemand raus, da ist niemand drin. Ist egal. Trotzdem mache ich das jetzt. Ich habe sowieso kein anderes Visier. Ja, nach vorne eigentlich. Die Kaserne ist das Ding, wo Igor und Barry stehen hinten dran. Und vorne ist eine große Tür. Da werden sie eventuell rausgerannt kommen. Aber trotzdem sehe ich. Ich habe die Reichweite nicht. Egal wie. Was? Zack, zack. Aber ich tue dir trotzdem jetzt mal hier. Mit der würde ich vielleicht keinen Feuerschutz machen. Ja, da hat sie aber keine Punkte mehr. So, ich drücke mal auf Bereit. Bereit. So, ich hoffe eigentlich, dass die Pisser jetzt rausrennen. Jawohl, da kommen sie, die ersten. Ähm. Ist das schon zu früh, um dann Zugriff zu starten? Kannst du dann einfach mit Colting wie abknallen, sodass er tot ist? Ja. Ich war nie gut bei hide-and-seeking. Ähm. Ich denke so. Sie werden mich definitiv sehen. Ähm. Ähm. Wir gehen auf Colt. Gucken, ob das mit dir ist Colt. Auch mit. Okay, MD. Dann macht das der MD. Da geht jetzt hierher. Ha, das gibt's ja mit. Scheiße. Okay, aber die haben den Schuss gehört. Ja. Und das ist gut. Weil wenn die jetzt rausgerannt kommen, jetzt ist für mich nämlich endlich der Zugriffszeiten gekommen. Ja, das war der ohne Schalldämpfer. Weil jetzt öffne ich die Tür. Und jetzt habe ich sie alle hier. Und jetzt wollen die nach vorne raus, nach hinten raus. Und fressen erstmal eine fette Granate. Alter. Oh, die stehen so schön zusammen. Bitte nicht hängenbleiben mit dem Spiel. Was geht mit der Mana? Irgendwie ist mein Spiel grad unwillig mit mir zu kooperieren. Oder jetzt? Ich mache noch eine. Warte mal. Ja, mach. Ich sehe es bei dir. Haha, ich bin versetzt. Okay. Wähltid stoppen. Hierusionssけて ich ihn. Es ist gleiche hier gelöshende. Ich bin der zwisch zuELIch. Ist unsere Späher da. Jade AGAIN. Hast du den Pfäher da. Hast du dein Visier? Oder? Band auf der Veranda. Nein, hast du nicht. Ich bin der Wasser ein Visier. Ich hab denada in mich zu reduzieren. F acquisition. Warte mal. da wir uns auch viel abgeräumt jetzt schon wieder in zug das ist verschlossen wo ist denn da noch was den platt gemacht hat ja was tut gut ich bin bereit wo kommt denn der herr ach scheiße da kommt sie mir egal vielleicht schießt er auf der maschinenpistole macht er nicht viel der scharfschützer hat versucht igo abzuschießen da hinten ist einer da triffst du jetzt nicht aber herrlich da hat es überlebt okay berrigo am sticht und eine studie monika sondergaard monika sondergaard moving i will watch over this area moving um stat that was so cool i wish i could shoot like that i can't do it maybe someone better than me should take this shot granate das ist gleich wieder immer noch versperrt ich bin bereit oh jeezer wait him shot wait him shot i guess okay bereit oh god ich will unbedingt zu dir rüber ja aber was war denn das jetzt in welchen sinn hat das gemacht von dem scharfschützen das würde ich jetzt mal gern wissen ja gut wenn er sich genau vor mich stellt hier liegen scharfschützen gewehre für die wir munition haben können wir dann später aufheben zumindest das mal nein alles rüsten müssen die reparieren zwar aber immerhin hier war sogar ein paar armee fuzzis dabei ja wir haben die drei stoff ne man hat was los ja ich meine wir fahren und da ist das heckl apologize warte mal wo ich leiput bin ach du schande vier geschosse für dein measure sind liegen im車 we're nein Eine Gruppe an Feinden gibt's noch Und zwar Ja, ja, dein Wachtürmisch Renn jetzt dorthin Und fang erst an Oh, da gibt's Teile Ab hier dann Schläuchen wieder Ich war nie gut an Gehe-and-Seek Schaue für eine Straf-Kill-Position Observe, wenn er rauskommt Ja, da ist er Okay, das ist jetzt ein Lesion-Scharfschütze, glaube ich Hm... Wie das? Warum sehe ich den nicht? Er ist doch genau vor mir Wegen dem Nebel Jetzt hast du ihn mal gesehen So, das war's hier für den Sektor Heben wenigstens auf Warte, Alter, ich geh schnell Fuck off Es hat ihn keiner aufgehoben Ja doch, ich hab ihn Ah, hast du was hat er gesagt? Ich hab nur einen D-Sync gekriegt Ja, Munition kann man sofort mitnehmen An Auto-Munition So, in der Mitte hier ist jetzt Ein alter Bekannter von uns Da brauchen wir Colt Da brauchen wir Colt Wir gehen Genau hier Schau mal unser alter Pierre Kampfmaschine Pierre Sie haben dich nur benutzt Die Legion ist also nicht was du erordnet hast Die Legion ist also nicht was du erordnet hast Du kannst uns helfen die Dinge zu richten Gми Du kannst uns helfen die Dinge zu richten in Ernie. And above all, you seem to genuinely care about our country. So, what do you want me to do for you? Geh nach Hause. Kidd uns bei, steht da, aber wir schicken den Heim, ja? Ja, wir schicken den Heim. Das ist an dich gerne so gut. I will return to Ernie and do my best to heal the damage I have done. Genau, besiegt Ernie. Mein Herz ist voll mit Gefühlen. Das war Pierre, Pierre geht zu seinem Vater zurück. Er kämpft nicht mehr für uns. Er hat gegen uns gekämpft. Ja, aber den Pierre kann man ja rekrutieren. Na, man hätte ihn rekrutieren können jetzt, aber jetzt haben wir uns dagegen entschieden, weil wir dann, wir haben halt nur einen Squad. Wir können ziemlich viele Leute noch rekrutieren, die wir nicht rekrutiert haben. Warte mal, hier hinten ist eine Falle an einer Tür. Wir gehen? Wir gehen! Da haben wir angefangen. Okay. Schon mal schnell was zu trinken. Brauchst du mich noch, Putz? Ich hab sowieso auf dich truf, die ganze Zeit schon. Ähm, wir werden eh gleich in die Sektorhansicht gehen. Miliz trainieren und so weiter. Und das holen wir dann ein Scharfschützengewehr, wo wir Munition haben. Ja, ich muss das zuerst mal reparieren. Ja, ich komm, ich komm gleich. Boah, ich muss ne Kabel verlegen kurz. Verwichtigung. Gar faux. Ich habe die Sektorhansicht, wir können Ihnen weitergeben. Du musst mich nicht bedanken, aber ich werde es geben. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Fenster lesen. Zack. I'm done here. Oh, die sind alle erholt. Warte mal, ich habe das schon repariert. So, jetzt. Sektor versteckt. Was wollen wir nicht reparieren? Wir wollen jetzt mal kurz ins Sektor verstecken. Und ich habe eines der Gewehre hier repariert. Und zwar der Wunder, ne? Ja, dann nehme ich aber kurz mal, weil... Ich muss das noch upgraden. So, du brauchst das beste Zielfernrohr. Du brauchst einen Ständer. Du brauchst eine Magazinerweiterung. Einen schweren Kolben. Ein... Ja, okay. Das kann man nicht machen, aber ich glaube, ein Schalterverbruch noch. Ja. So. Damit haben wir ein Gewehr gebastelt. Der 100er hier, der die normale NATO Munition verbraucht. Und dann kannst du jetzt benutzen. Den M14, was mache ich? Ich hole aber... Der 100% M24. Ja, die kannst du entweder liegen lassen oder mitnehmen. Erstmal, äh... So gesehen... Die Bunt hat aber noch Platz, naja. Ja, dann kannst du es bei der... Dann legst du bei der Bunt ins Inventar erstmal da. Nein, das ist ja immer so was. Genau. Und nimm dir die 100% M24 rein. Sehr gut. Okay. Weiter geht's, bis wir wieder Munition für die andere haben. Das hier könnten wir auch entladen. Die Mörser-Munition kann man mitnehmen. Das hier könnten wir verschrotten. Den anderen Gewehr könnten wir auch verschrotten. Das können wir verschrotten. Und das können wir verschrotten. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt mitnehmen soll, wenn ich ehrlich bin, weil... Eigentlich eher nicht. Nein, nein. Nein, verschrotten wir das. Ja. Dann hab ich eine Lupe mitbekommen. So, und dann sind wir eigentlich schon fast wieder soweit. Pierre ist gerettet. Wir bilden noch die letzten Milizien aus. Mhm. So, und haben wir auch jetzt schon. Und jetzt gehen wir auch schon... Hier hinten kann man noch einen Kampf machen, aber... Reifen wir jetzt einfach drauf. Wir gehen jetzt direkt zu E16. E16. So, hier allerdings kämpfen wir jetzt gegen... Ah, nee. Also das wird das nicht ganz schlecht. Wir haben zwei Medics, zwei Scharfschützen, zwei Unterstützungsschützen, also MG-Schützen, vier Soldaten, einen schweren Soldaten. Und ein Mörser. Oh, fuck. Das ist eigentlich super optimal. Die sehen nicht gleich. Jetzt mach mal was. Das schnell in die Schleichmodus rein. Oh, fuck. So. 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 den gar nicht mal immer noch nicht gehen noch weiter vor ruhig in den gebüsen sieht er dich nicht und uns kann gut schleichen endlich so achtung achtung das bedeutet das gewähr ist leider zu schwach um durch die panzerung zu schlagen noch mal abbrechen jetzt gehst du mal mit ihnen dein inventar und lade mal nein 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 brauchst du nicht man kannst du machen aber ich wollte dir was anderes zeigen und zwar klick mal auf dein neues scharfschützengewehr rechtsklick nachladen das ist das dritte von oben und wähle jetzt panzerbrechend aus wunderschön und wechsel die waffe du hast immer die m14 ausgerüstet im moment dass das sturmgewehr ausgerüstet du willst aber das scharfschützengewehr benutzen genau das so und damit ballast du ihm jetzt in die rüber und jetzt hast du eine durchgestrichene rüstung das bedeutet du machst voll schaden ding dort und sogar nach hinten geschossen naja das macht nichts da ist gefallen keiner hat es gesehen wir sind nicht im runden camp wir können uns jetzt weiter reinschleichen und der einzige raketenschützer ist tot das ist erstmal eine win-win-win-win situation hier eine achtung von rechts ja da gibt es hier nun die werden wir auch gleich freilassen mann oder hat einen raketenwerfer entlade und verschrotte ich gleich mal so lasst mich kurz mal mit ego vorsichtig ausscouten ob da noch mehr leute sind noch nicht schießen das scheint alleine da zu stehen also falls du irgendwie einen gezielten schuster absetzen willst guter zeitpunkt aber ich mache jetzt etwas nämlich werfe ich mit barry eine spezifische granate um auf der seite des feindes alle hirnen freizulassen coole entscheidung sehr gute entscheidung naja und lass mich mal das gucken so barry du musst dich allerdings jetzt wieder und in den schleichmodus zurück wo könntest du dich hinstellen ohne aufzufallen aber um als scout zu fungieren hier läuft hier links ich habe feinde entdeckt die mich aber noch nicht das ist jetzt wieder eine sache die ein scharf scheiße die granate hat alle hierhin getötet haben wir waren doch am leben noch die meisten hier noch habe ich es mit das war das verletzt halt nur das war jetzt blöd egal die gewinnung nicht schließen auf die entfernung sondern in deckung gehen so blöd kann es ja gar nicht so wie gesagt es ist nicht schlecht und ich steckte in gang acht der kult hat vorbeigeschossen ehrlich scheiße das heißt das ist ja schon noch was gemacht ne gott sei doch ich kann nichts machen sehr gut nee ich hätte fast abbrechen drücken und habe mich gründlich entdeckt das macht ja nichts dass man entdeckt sein so ich drehen wir kurz mal die karte ich sehe nichts das geht auch noch hier hier will ich nicht angreifen und an den komme ich nicht dran bitte schieß nicht ich gehe in den marsch bitte schieß nicht ich gehe in den marsch immer ruhig jetzt oh eine gute reichweite der bubele höhe wie noch war so viel ist gar nicht ich will bis hier da wird er sich vielleicht verstecken oder ok ich bin bereit schlechter louis kämpft gegen was gegen die hirne von hinten kommt ein sanitäter wir haben aber gute blutspuren hinterlassen der unterstützung schütze geht erstaunlicherweise aufs dach hoch hätte ich jetzt nicht gedacht aber ist eine gute entscheidung hdmg achtung ne zu mgs sind zwar nicht mal so stark aber immer noch schaden ist schaden so was mache ich jetzt bery kannst du diesen schlechter da erledigen komm schon ach du hattest ein schluck bery die neue feier ist geht die wieder weg dort oder bleibt die dort da muss ich nicht mehr entschießen dann tun wir mal kurz mal da hinten haben wir noch einer und da unten äh den packe ich nicht da hat ne zu starke panzerung für mich ready gehen wir kurz mal zu cold neun war schon getroffen aber er überlebt ok ich versuche es trotzdem einmal zu schießen hast du ihn getroffen naja das tut jetzt haben wir den heiler da hinten rechts noch ja da ist ein heiler allerdings die hauptstreitmacht kommt noch igor ist immer noch verborgen äh als scout aber da hat nicht mal genug bewegungspunkte um das effektiv zu nutzen hier nett aber hier ja warte ok ok vergiss es und die du hast komm komm das krass komm 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 ich hatte da kann nicht mehr genug ziel mal versuchst du mal probieren das gibt es nicht bitte ich mach dich platt was für ein hannet beim blotter snack getroffen echt nicht dabei hat er die linie hier rüber gezeigt das ist echt seltsam ist das war jetzt bild rng wo ich jetzt halt so gut sind zwei verletzungen vielleicht besser als schon ja gleich mal verbinden wenn du schon dort bestanden nächste runde bereit bereit wo rennt denn der hin ok jetzt kommen die soldaten irgendjemand irgendjemand hat mit meinem mörser geschossen aber hat ein missgeschick sich geleistet und ok wir müssen hier weg wir müssen hier weg hast es gesehen ja bei uns wir müssen hier weg alle mal kurz außer die bundes aber wenn du mich fragst musst du auch da weg das sind auch noch das sind oder das sind soldat und sanität ich weiß aber ich ist eine wand halt scheiße dann noch einen von beiden wenn jemand durchtrifft ähm naja ok was passiert jetzt und kann ich dich mit einer granate unterstützen im leben nicht dass ich krieg keine granate weit genug geschossen ich habe schon einmal ich habe schon geschahen die weiter unterdrücken aber ich habe schon auch ihn verletzt hau rein beide unterdrückt und damit haben sie deutlich weniger aktionspunkte und können nicht sonderlich viel tun in der nächsten runde aber sie müssen leider auch nicht viel tun scheiße michael hock den halber deckung voller fässer ich hoffe das geht jetzt nicht arg schief aber gut cold kann aber kult ist viel zu weit weg kommt noch ich kriegte nicht kriegst du nicht durch michael trägt ja nicht umsonst eine gute rüstung so viel feuerkraft haben die normalerweise nicht und diesen schwer verletzt und ziemlich gediebhaft allerdings hat ihren folgen die hand getroffen volltreffer das ist gerade da so ungenau und der sanität der schon das habe ich ja auch dings gemacht geschützt hoffen wir einfach aufs beste feindlicher mörserbeschuss gibt ja noch was ist scheiße gift alter dreck sagte können wir nicht mehr rein laufen und hat sich gebückt halt nicht das war auch eine gute entscheidung ich habe die nicht gesehen glaube ich habe die erst gesehen dass du dorthin gerannt bisschen okay die haben uns immer so im visier wieder ich komme damit klar ich mache die jetzt zwei platt durch die nerven nicht ach du das aber ich muss hier erstmal weg die go ist immer noch versteckt es ist erstaunlicherweise order accepted pay close attention to my form jetzt ist er nicht mehr versteckt jetzt bist du dran munz du musst den treffen jetzt er eilt ihn schon bereits mich kann den anderen erledigen lass mich mal kurz machen weil der michael ist ja da vorne ich komme jetzt ich darf nur nicht durchs gas laufen 3 4 5 8 6 6 moving to position ready to shoot da hat man getroffen da jakob scheiße jetzt musst du das machen sorry du musst dich zurückziehen und zwar weit bis dann nächste runde wirst du anfangen selber mit dem mörser zu schießen so mal geladen jetzt so sag auf wiedersehen aufwischen ich bin wirklich besser mit dem schießen ok die seite ist klar meine auch also weiter nach vorne außen der mörser der dreck sack der hockt in dem gebäude hin wahrscheinlich irgendwo und ich werde das gebäude hier gleich auch mit explosivgranaten bombardieren in der nächsten runde barry kannst du noch in dein inventar reingehen kannst du das hier machen ja aber mehr kannst du nicht tun gut ok ich halte ja so ich bin nochmal vor da ist ein krokodier ACHTUNG scheiße wo kam der denn jetzt her ah ne jetzt alter hat ihm die noch punkte kurven war nein aber nicht ich habe niemanden punkte ich habe nichts mehr ich auch nicht ah for fucksakes da ist sauna dran äh wo kommt denn der jetzt gut jetzt können wir auch nicht mehr viel tun ne jetzt kann ich nicht wir müssen da 10er beißen die hier hinten kommt auch noch nicht raus der macht jetzt dort Gift so ein krokodil was treibst du waaaaaaaaaaaaaaah von RU fest du kleiner Pennei da hat mit dem Mörser wieder mit dem Mörser geschickt ne Bären gibt es nicht aber da hat schon wieder mit dem Mörser geschossen aber von wege misgeschickt ich bin mittendrin du musst raus da Was nächstes? Mach mal erst mal jetzt so deine Züge, weil du bist mehr im Bedrängnis wie ich. Durch das scheiß Fee. Kannst du das umbringen mit den Scharfschützen? Ich mach jetzt erst mal so, dass Punkte ich beschleim, dass ich genug Zieltreffer mache. Meine Gedanken sind genau. Easy. Sag das nicht so laut, easy. Mach mal, wie viele Punkte verbrauche ich denn jetzt inzwischen? Sieben Schuss, sieben, na sieben Schuss. Sieben Aktionspunkte kostet der normale Schuss. Sieben, neun. Acht, neun, zehn für volles Ziel. Und du hast nur neun. Getroffen? Einmal. Wo bist du? What? Cold. Wenn ich mit dir vorne hinkomme, du hast 15. Das wird mich kosten sieben. Dann bleiben wieder acht nur übrig. Das wird mich sechs kosten. Das wird mich sechs kosten. Das ist ein Krokodil. Ich hab den Mörser gefunden. Sehr schön. Aber ich muss irgendwie entweder haus' ich ab. Du haus' ab. Du haus' definitiv ab. Ich komme aber nicht weit weg. Du haus' ich geh auf den Tach. Der Mörser ist tot. Scheiße, okay. Kann ich dir irgendwie zu Hilfe kommen? Kann ich das Krokodil von dir? Ne. Da kann ich es nicht mehr treffen. Das hat sich super sehr komisch mit keinem dahin. Das hat sich super sehr komisch mit keinem dahin. Was war das jetzt? Ich habe selber mit Mörser angegriffen. Wollte ich sehe. Ich habe jetzt komplett... Ja, der ist auf deinem Bild drüber. Jetzt bin ich wieder da. Ne. Wenn ich mich bewege, bringe mich um, war mir klar. Bunz. Ihr müsst das Krokodil töten und Bunz muss Michael verärzten. Ja. Mach ich nicht. Dringend. Ich kann jetzt gar nichts machen. Livre ist noch dran. Livre? Und deswegen habe ich gefragt, ob ich da weg kann. Ich hätte lieber einen Schuss auf den Meerwart gewagt. Trotzdem gebe ich es zuerst. Fuck. Du hast auch vorbeigeschossen? Nein, ich habe die Arme getroffen. Wo geht denn der? Hat der eine Reichweite? Das Problem ist, jetzt kann Bunz nicht mehr schießen. Er hat mich angegriffen und hat so einen Weg hinterlegt. Ist ja gar nicht der Scheide. Na ja, ich war ja dran. Uiuiuiuiuiuiuiui. Barry hat auch etwas abgekriegt, oder? Nein, Barry hat... ...den Mörser abgefeuert, aber... Wart mal Barry, 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 Wart mal Barry kann schießen. Barry geht zurück auf sein Gewehr. Einen Moment. Vielleicht kann ich ihn... Vielleicht kann ich ihn... Nee, vergiss es. Scheiße. Gott sei Dank, Alter. Wundsbus ist dringend zu Michael. Da liegt der Michael. Okay. Was ist denn da noch? Unterstützungs-Schütze. Okay, da musst du ein bisschen... Kümmere dich nicht um die Schützen, ich versuche hier aufzureden. Nee, ich kümmere mich nicht drum, aber ich muss vorher zu... Ja, aber der hat im Moment Life-Feuer in Vision, Life-Feuer hat Deckung. Und der trifft auf die Entfernung nicht, der Scharfschütze von denen ist tot. Life-Feuer bringt jetzt den Soldaten um. Oder auch nicht. Cool. Wer braucht jetzt Medizin noch? Äh... Erstmal primär eben die... Äh, die ist schwerst verletzt, Alter. Wenn der uns stiert, müssen wir neu laden. Das akzeptieren wir nicht. Das ist dann blödgelaufen. Ja, wir kommen auch blöd, das Krokodil daher. Äh, öh... Äh, öh... Hier in einem Krokodil... Also ich... Scheiße, Alter. Eine Runde noch, dann bin ich schon dort. Naja, das könnte knapp werden, was Hanna... Äh, wenn du mit der Maus drüber gehst, was wird dir als Todeschance angezeigt, weil die können jede Runde sterben. Ich seh das nicht. Und da steht bei dir auch nicht da... Normal steht da... Deathchance Moderat oder was auch immer, aber ich seh das nicht. Md... Five... Plus... Irgendwas, aber es steht nichts da. Wartet auf anderen Spieler. Ja, ich geh aufbereit. Der ist tot. Kann ich nicht wiederbeleben. Ist da wirklich gestorben? Md ist verblutet. Vergiss das Laden. Das machen wir nicht. Was nächstes? Geh mal ein paar Züge zurück. Zug 5 oder sowas. Wir müssen das anders machen. Das war nicht geschickt gelöst. Zug 6 war hier. Da ist der Krokodil. Scheiße, dann mach mal... Äh, dann mach mal Kampfbeginn. Oder du versuchst das Krokodil zu töten. Wirklich, du kannst versuchen das Krokodil mit deinen beiden Schützen zu töten. Oder... Oder wir müssen den Kampf beginnen. Oder wir beginnen den Kampf komplett nochmal. Okay. Das... Das geben wir uns nicht dem Bullshit. Mist. Ja, was ist... So... Was hättest du denn? Ich hab mit dem Kohlten Schuss, ich hab mit dem Bunsen Schuss, ja. Beide müssen fett innen. Und jetzt wäre eigentlich ein Zeitpunkt das BMG 50 Gewehr zu nehmen. Ohne dich zu bewegen. Einfach von dort wo du bist. Umswitchen auf das schwere Gewehr und in den Krokodzen. Vielleicht wäre es doch besser, wenn du beide Scharfschützengewehre ausrüstest und das komische Sturmgewehr beiseite legst. Ähm... Ich geh einfach drauf, tauscht es aus, ne? Ne, du musst I gehen. I. Und äh... Und äh... Jetzt das Gewehr raus und dafür das schwere rein. So, jetzt hast du noch 12 Aktionspunkte. Kurva, alter. Jetzt musst du die Gewehre noch tauschen. Das kostet auch noch einen Aktionspunkt. 11. Und jetzt versuch, so gut es geht zu zielen. Du... Es muss ein Kopftreffer werden, fürchte ich. Oder auch gar keinen. Lade, Spiel... Leider Kampfbeginn. Das ist Bullshit. Wir machen den ganzen Kampf nur jetzt halt. Das ist ja mal extrem scheiße gelaufen hier. Oh, was willst du denn? Kampfbeginner. Ich habe auch die Granate scheiße geworfen. Ich wollte, dass die Hyänen, die Soldaten angreifen, die sind alle gestorben. Das mache ich so nicht. Mach das auch anders. Ja. Das muss mit einem gezielten Schuss passieren, nicht mit der Granate. Ich brauche die Hyänen. Die müssen die Leute angreifen. Und das Krokodil ablenken und... Absolut kein Bock, dass da... Ja, machen wir es nochmal. Das sind Leute von Tieren zerfressen werden, Lange. They're not the only ones. So. Jetzt sind wir hier und du hast ihn nach vorne umgebracht und jemanden hat es gesehen. Melissa. Melissa. Lilo, das ist die Melissa. Was machst du denn? So, jetzt bin ich hier. So, jetzt habe ich das Fass zum Explodieren gebracht. Und trotzdem sind die meisten hier irgendwie dran verreckt. Das ist doch doof. Vielleicht haben sie was dagegen gemacht. Feindlicher Zug. So, jetzt. Das heißt nur, dass ich nicht mehr so wild vor nach vorne renne. Was haben wir denn jetzt an Gegner eigentlich? Immer noch die gleichen, ne? So. Ja, das ist jetzt äh, identisch. Ich gehe jetzt mit Igo wieder in seine... So, das sind diese zwei Typen. Die lasse ich natürlich in der Runde in Ruhe. Aber... Will ich was jetzt schon vorher mit Barry machen? Ich weiß ja jetzt wo der Maser ist. Ich könnte ihn bombardieren. Hehehehe. Wenn er echt dort ist, aber auch. Ja. Das ist das Problem. Aber ich habe genug von der Granate. Ich komme jetzt hier vor. Und die... Ich geh' auch zur Barry rüber. Und Kurt, du könntest schießen. Zeig' mal her. Hm, 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 hm. Wir lassen hier jetzt mal in Ruhe. Zu weit weg, ok. Die. Was soll das mit der Schrift? Ist gut. Ok, doof. Genau, du bist jetzt die Wand. Vielleicht schiesse ich das Holz kaputt, habe ich mir gedacht. Mal gucken. Ich bin bereit, ne? Ich auch. Oha. Da geht einer hoch. Wo kommt denn der Sniper her? Ok. Der macht hier sich selber vielleicht den Weg frei von der Hyäne. Und der kann selber in den Kokodil rein rennen. Hehehe. 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 Sind wir dran? Noch nicht. Feindlicher Zug. Schade. Diesen Anastatt positioniert diesmal. Hyäne kommt aber. Raus. Hast du gesehen? Aktischerweise nicht zu uns. Jaja, jetzt. Der kommt rüber. Bei mir ist ein Sniper. Der war vorher nicht da. Seht ihr nicht? Ich würde ihn sehen mit egal. Ich weiß nicht ob ich ihn treffe. Und eigentlich gefällt es mir im Moment, dass er unten verdeckt ist. Denn sicher. Ich möchte governor seine Aufwand bedenken. Das gehört nicht. dass ich überall vorbeischieße und doch vorbeischieße Ich denke nicht, dass das wunderschön ist. Sie sehen mich Den Schuss wage ich. Du hast ihn ins Bein und in den Unterleib getroffen. Irgendwas hat er gekriegt. Eine Verletzung, eine Verlangsamung und eine Unterdrückung. Jetzt bist du dran. Gut, den Unterstützungsschützen schaffe ich nicht. Das brauche ich gar nicht zu probieren. Achtung, Barry hat abgefeuert, dort wo der Unterstützungsschütze steht. Kein Problem. Da rennt auch der hier hin. Ich komme mal rüber. Ok, ich drück bereit, wenn der Michael steht. Der kriegt das mal. Und da, jetzt kommt da noch. Wo sind der hingehört? Ja, war auch gut. Wo sind der hingehört? Zur Hyäne oder auja das. Zack, Treffer bitte. Sehr gut. Die Streffer, ja. Na, Dings war ein Treffer vom Kult, ne? Halt, 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 abbreche. Ich sehe was Rotes. Ich muss hier raus. Ja, du musst da raus. Ich habe ein Hostel gefunden. Ei, ei, ei. Hast du was gemacht? Mach ich was. Ja, ich auch. Zack, das wollte ich sowieso, dass du das machst. Barry ist draußen, der ist noch dran, da muss aber einer schnell aufstehen. Komplett. Barry hat das nächste Mal so abgefeuert. Moment, irgendwas. Ego ist nach wie vor versteckt. Shit, ich komme nicht raus. Auch wenn ich aufgesteine bin, ich gehe aber... Doch, 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 du kommst. Also schießen kannst du nicht mehr, aber du kommst raus. Riskiere nicht in den Gas zu stehen. Mach ich auf gar keinen Fall. Gas geht gar nicht. Du kannst aber jetzt... Du kannst aber jetzt... Fünf Schuss. Wechsel die Waffe. Und... AMD... Bist du den... Wo ist denn der Krokodil jetzt? Ich sehe ihn nicht. Ja, der ist ja ganz gemütlich hier rüber gelaufen. Der Sunny. Ja, ich sehe ihn wirklich nicht. Das ist der Barry. Das ist das Lieferer... Leiffeuer. Leiffeuer hat den Soldaten in den Kopf geschossen, aber er hat überlebt. Das passt, er wird mich schon nicht treffen. Ähm, quietly? Und dann komm ich nicht dran, ne? Nee, da hockt er nicht. Du könntest versuchen, deinen Schuss zu forcieren, aber... Ich glaube nicht, dass du triffst. Ähm... Ich denke nicht so. Es wird mich definitiv sehen. Da ist wohl keine Mauer zu sehen. Also, du kannst es schon probieren, weil das Ding, was da ist, das wird die Kugel nicht aufhalten. Ja. Aber... Naja. Genau. Ja, das meistens leider sind. Aber egal, ich habe ja hier noch einen Schutz. Bereit. Gifty Man. MD hat eine Gasmaske. Oh, wir sind zu zweit. Oh, scheiße. Der springt da drüber, ehrlich? Aber der hat ja keine Waffe. Doch, hat er, ne? Au, Leiffeuer hat was abgekriegt. Gut, dass da MD ist. Ich habe nicht mit so vielen gerechnet. Zivile Bewegung gerade. Ja. 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 Ich habe das mal überbracht. Ich muss mit Barrier auf Waffe wechseln. Schon wieder sind die zwei. Aber der Dings kann jetzt was machen. Die Bunz. Mach du mal. Habe ich schon. Problem ist, Leiffeuer muss weg, wo sie ist. Ähm. Ich weiß aber nicht wohin. Deine zwei Schützen sind natürlich voll in der Pumper. Das ist schlechter. Mal gucken, ob ich ihn kriege. Hallen getroffen, mit 36 und nur noch Verblutung verpasst. Okay. Dann wieder raus aus dem Bild. Jetzt kannst du mal so bleiben. Michael hier. Hier kommen zu viele rum. Soll ich lieber Schutz machen, oder? Ich habe noch mal einen Schuss. Außer ich wechsel die Waffe. Dann kann ich ihn. Oh, da kann ich schlagen. Moment, was kostet der Schuss nochmal? Neun. Das könnte ich. Der Sonne geht mir auf den Sack. Aber der Soldat ist der Wichtige da hinten. Das ist zwar knapp Leiffeuer, aber ich glaube das geht noch gut. Ja, das geht noch gut. So Bering, du hast drei Typen. Und kaum noch Aktionspunkte. Kannst du Barry hinter mich bewegen? Und irgendwie mit Schutz machen? Ne. Ich habe nur noch zwei Punkte übrig, wenn ich mich hinter die Stelle. Kannst du dich hinlegen? Ich werde wahrscheinlich eher einfach Feuerschutz machen. Eine Granate werfen und Feuerschutz. Geht das? Sechs? Nein, wird nicht gehen. Was kostet Feuerschutz? Fünf mindestens. Doch, das würde gerne. Ich könnte eine Granate werfen, aber dann stehe ich. Und dann müsste ich Feuerschutz im Stehen machen. Ich mache nur Feuerschutz. Mist, jetzt komme ich aber. Da muss ich jetzt aufstehen dann. Das über dich wegschieß. Deswegen war das mit dem Hinlegen gemeint. Achso. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Konnte ich halt. Scheiße. Warte mal. Schlicht durch das. Warte, warte, warte. Komm ich da hoch? Aber dann kann ich nicht mehr schießen. Stimmt. Also bleibe ich dort wo ich bin. Ist egal. Steh auf. Ich kann immer noch schießen. Mit der MP5. Okay. Platziert ist so, dass der Kegel durch Barry durchläuft. Ist okay. Aber so, dass wir da wo gestrichelt ist löst du nicht aus. Nur da wo nicht. Dann kommt ja der Ana noch. Eventuell. Ja, aber durch das Gestrichelte siehst du ihn nicht. Da löst du keinen Feuerschutz aus. Bei uns mit einem Punkt kannst du nicht viel machen. Aber. Colt unter 16. Wo ist Colt überhaupt? Der muss sich noch wegbewegen. Der ist nicht zu weit. Naja, der muss vor allem mal aus. Der ist mittendrin. Mitten im Kreis. Der muss zu Igor. Ich hör das Kropodil irgendwo. Ich bin nicht zu weit weg vom Geschehen. Genau. Ich hab sowas. Ich hab sowas. Ich bin zu, Igor. Und ich bin nicht zufrieden, ja? Gut. Bereit. Hoffen wir aufs Bistma. ja da ist der krokodil scheiße nein nicht nicht das ist jetzt brutal schlecht wo kommt denn der jetzt her die ganze zeit greift er nicht da kommen sie mir da krabbeln krokodil du kannst ins glas laufen jetzt müssen wir gucken was wir gegen die idioten dazu super feuerschutz scheiße aber der andere hat nicht drauf geschossen was ist das jetzt das ist jetzt brutal schlecht was mal auf uns muss jetzt irgendwie dem krokodil in die fresse schießen und zur not muss live vorher halt mitwirken egal wie live vorher kannst du das krokodil treffen ich schieße oft ich kann weil wenn kohl versucht sich zu bewegen wird das krokodil in zerfleischen ich kann noch mal schießen ich versuche ihn so gut wie es geht zu schwächen mehr kann ich nicht machen wo uns muss das krokodil erledigen dringend lauf nicht so weit da bist du im gast drin alter jetzt haben wir uns auch noch schon rein moderiert wie man ja von der anderen seite kommt ja noch was aber ja das ist alles okay aber das krokodil muss jetzt sterben muss sowohl als auch kohlt müssen jetzt aus der gaswolke raus schlicht und ergreifend ich stelle mich jetzt noch was ist ich habe der feldmesser gefunden warte mal noch mal kriegst du was hin ja okay alles klar so baby weißt du was wir jetzt machen dann sollte kohlt jetzt wieder zurückgehen und den anderen helfen wir machen da ja nur gucke ich gerade über welchen weg am liebsten ja genau haben sie überlebt noch einer noch mal damit ist es nur noch einer noch was vor und zwar mit kohlt kriegst du den soldaten da ich will ihn das ist mein ziel ich gucke noch bestellen wo deckung auch bei net mache ich das alles von dort wo du bist nicht naja solange du triffst du kannst nur den kopf anvisieren perfekt gib ihm aber cool ich soll das mit ihm auch langsam noch mal panzerbrechend laden so der andere ist da hinten wen haben wir denn md nur noch md wo sitzt der naja zeig mal das bitte da ist er md kriegst du dann eventuell wenn du ihn von hier kriegst du md dann wechsle ich die waffe ja dann haben wir nur noch einen kleinen sunny barry kann nicht mal viel tun leider da wird noch eine salbe von sunny kassieren und schutzholzer ich komm zu dir rüber komm barry kannst du irgendwo dich verpieseln aber da hinten ist der maschinengewehrschützer und da habe ich keinen bock dann kriege ich lieber pistole selber wie maschinengewehr selber ist jetzt also ich hab ich gar nichts mehr holt hat ja noch sein visier gemacht das ist das uns hat noch zwei aber mit höchstens vielleicht mal an die wand gehen um schutz zu haben vor live fire ich lege mich hin mit berühmt ist das was ich mache kein problem weiter ich hab mich jetzt vor live fire hingestellt ja den habe ich schon gesehen aber wird nicht getroffen so unterstützungsschütze visiert igor mit einem überwachungsfeuer alles war zu wild alles klar ähm hm 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 Ok Okay Und Barry kann auch unterbrechender Schuss machen sodass da dann seine Salve ins leere geht und dann kann Igor dann im Gierschütze kalt machen aber was machen wir mit dem Soldaten und ähm Leere hat schon gut was abgekriegt das möchte ich nicht riskieren das ist absurd sogar getroffen ok Ok Colt Du Dich habe ich eigentlich für einen Schütze gedacht am Anfang aber da ist jetzt so blöd Das steht jetzt eigentlich ziemlich ungünstig ja Ach ne das reicht mir nicht von den Punkten her Ich könnte auch auf den Soldaten eine Granate schmeißen Wenn der uns zu sehr bedroht Ich seh dem seine Linie jetzt seh ich ihn jetzt seh ich ihn alles klar Ja mal kurz mal Du kannst gleich eine Granate schmeißen lass mich aber kurz mal was machen Ok da will ich auf den schießen Das geht auch Ja Hat aber überlebt Hat er jetzt kannst du mit dem Barry auf ihm was machen wenn du willst Jaaaa das Problem ist Barry ist immer noch durch den Sunny bedroht und durch den Soldaten Wenn du da nix dagegen mache willst dann mache ich was dagegen Ich hab noch den Michael Dann mach zuhör ich mich dem Michael was du machen wolltest Michael Wo bist du denn jetzt Feuerschutz zum Beispiel über Barry hinweg Da ist er Ich könnte jetzt hier rüber Oder du knallst ihn auch Ich kann auch hier rüber Aber dann siehst du ihn nicht Da einer der trifft mich nicht Sechs ist super kaum Dann machen wir ins Platz Auf Wiedersehen hoffentlich So jetzt hört der Barry wieder Nee da hat immer noch den Sunny der ihm ständig in die Beine schießt LifeWire ist hinter mir Ah LifeWire wird so früher Ich schaffe aber Punkte mehr leider Ich kann mich hinlegen damit du Naja ich mach das so Mir fällt jetzt nichts besseres sein Ich könnte das hier versuchen Aber eigentlich bin ich mir relativ sicher Das Igor das Nee ich mach das anders Ich mach kein unterbrechender Schuss Ich tue Das mache Igor soll jetzt halt Dieses Ding da Rennen Ich kann ihn sogar sehen von wo ich bin Okay Ich mein er wird jetzt zuerst schießen Ich hoffe einfach dass er 18er Treffer geht Für unseren Panzermann Okay War ich nicht getroffen Igor Warum nicht Nochmal Tja Okay der MG Schütze ist tot Ich bin fertig So Sunny Kriegt erstmal 15 Schaden Da kriegt nochmal 12 Schaden Ja ich bin Pan Oh Wichser Scharfschützer Ja ich sehe ihn Ich weiß nicht wo da drauf geschossen hat Dieser scheiß Sunny muss sterben man Da rennt jetzt durch die Gegend Vielleicht fressen die ihn die Haie gleich Die halten die Lundhaie Genau Der macht mir jetzt keinen Kopf Ich will ihn jetzt weg Und der Sand dahin Der ist ein Problem Weil mein Bunz ist jetzt Sorry muss das sein Ist ja okay Ich kann aber nicht mit meinen auf den Wenn da hinten einen Scharfschützer Igor rennt vor Wir werden ihn von dort noch nicht kriegen Aber Steht erstmal auf Gucken wir uns das mal an Okay ich werde ein langer Marsch machen Dann wenn der sich so versteckelt Und das springt jetzt über die Töcher Und das springt jetzt über die Töcher Und das springt jetzt über die Töcher Jetzt gehe ich aber runter Passt da ist die Hiener noch Cold Yes Cold Wie sieht es mit dir aus Kriegst du den Wenn du da rüber gehst Könnte ich Wenn du da rüber gehst Was ist da rüber So du hübscher Mann Du lädst mal Wo treibst du dich rum Da ist sauber Du kannst aufstehen schau mal Ich bin bereit Ich auch Die Sliper Was hat denn da jetzt vor Was hat denn da jetzt vor Ich bin bereit Schießt da auf Igor Na ja Der ist ja der einzige den er gesehen hat Bis jetzt Aber bei dem Winkel Was der vor hatte Aber geschossen hat er mal nicht Das wäre mir auch ein Wunder gewesen Jetzt bei dem Winkel Doch jetzt schießt da was Ich schieße was Ich habe ihn in den Arm geschossen Und jetzt nochmal Ich wollte gerade vor Ich wollte gerade vor Ja auch Ja So Immerhin Wir haben es geschafft ohne zu sterben Ja Ein paar verwundete Willst du das außerhalb machen dann Oder Erstmal müssen wir anklindern Da Die komische Tante müssen wir jetzt befreien Kevlar Wäste Kevlar Wäste Oh Ein Kevlar Wäste Ja Soll ich das mal den Bunz geben Müssen wir das reparieren Aber ist sie dann beweglich noch Wenn ich das direkt habe Nein Weniger als jetzt Ja ne Das hat ja jetzt schon Probleme Lass die bleibt außerhalb Colt hat die Kevlar Hose und vier Ja 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 genau Vier Mörser Granaten Ja Lass den verliegen Die holen wir uns über den Munition nehmen wir mit Kein Thema Hattest du schon am Haus alles ne Gemacht Ich bin grad im Hals drinnen Dann geh ich oben lang Pass auf da ist ein Sprengfall irgendwo In einer der Kisten Deswegen bin ich mit Burren 1000 Aha Da ist ein Dings äh Eine Sprechanlage oder was das ist Unten Ich war jetzt drüben Problem ist du brauchst einen der ziemlich viel von Sprengstoff versteht um das überhaupt zu entdecken dass es eine Sprengfall ist Okay Deswegen geht Barry jetzt hoch Ja der hier War eigentlich schon angeplündert glaube ich Irgendwas mit Kohle oder so kam Vielleicht hab ich aber auch hier was kaputt gemacht und deswegen ist die Sprengfalle nicht mehr da Weil ich hab hier mit dem Mörser ganz am Anfang reingeholt Oh ja Das hast du Ich werde gehen Aber hier ist die rote Linie seh ich grad So da oben auf dem Turm isch noch was Ich flinde euch auch noch an und dann müssen wir unsere Leute auf Ich hab zwei Verletzte Ja Barry und Lifewire Ich Hab diesmal keiner Das mit dem Krokodil war zwar wieder mal eng aber es äh Ja die Claire hat's gemacht Ja im Prinzip Und die Bunz hat den umgebracht Die Monika san Ich hab noch mal geborgene Teile gefunden Alles gut Was ist das? Ach ne das ist verschlossen Also ich Ach die Blederhose Moment Jo kein Problem Ich geh auf dein Bild Ja ich versuche diese Kiste aber natürlich müsste die verschlossen sein Na so klar Ja da muss der Hacker ran Ne diesmal nämlich dann egal Da ist ja schwere Kevlar Rüstung aber auch im Reparier bedürftigem Zustand Also ich will die nicht Lifewireblatt beweglich Barry hat bereits glaube ich eine an Ja ich lass auch meine beweglich Fertig So jetzt gehen wir auf M M Operationen So als erstes nehmen wir mal MD und Lifewire Die verarzten mal Lifewire und Barry Derweil Derweil Kann Cold und Bunz schon mal Milizien Eis bilden Und das wars So wir werden noch gleich alle Verträge erneuern müssen Ja hoffentlich bleiben sie Normalerweise schon Die sind jetzt auch alle geheilt Ja jetzt schon ja Jetzt können wir auch Gegenstände reparieren Jetzt können wir auch Gegenstände reparieren Geil sind sie auch Der Manu Manu Mein Gott Herr Der Mr. Weltmeister Katzenmaus 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 La 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 Alles gut Ja Ich guck grad was meine Tochter für Komische Sachen da hat Alter hat die viel ey So Milizien sind Eis gebildet Sind sie ausgebildet? Mal kurz reparieren So jetzt verlängern wir alle Verträge Manu Machen wir die Verträge noch Ja Okay Ist ja gut Zack 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 Äh 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 Ist Gut Alles in einem Start Jetzt haben wir den neuesten Posten Jetzt gehen wir eigentlich lässt der Stadterobern Nämlich Ile Morad Ile Morad Das ist genau die zwei Die da oben Die zwei ja Mit dem Hafen da oben Und nochmal irgendeinen Diamant anliefern Hier gibt es erstaunlicherweise Lesion Guys Also der erste Sektor ist von äh Legions Truppen besetzt Ich seh es grad Jep Dann gehen wir mal rein Wie seht es mit Munition aus? Alles gut? Äh Äh Solange du die 50 BMG noch ein bisschen schonst Ja Dann würde ich auch Du hast irgendwann mal gesagt, du kannst irgendwo einkaufen Äh Einkaufen Ja, aber das ist weit weg Und hier, wo wir jetzt sind Wenn wir Schwarzpulver hätten Okay Hier rennt auch ne Kampfhoma rum Merke ich grad Habe ich mich grad dran erinnert Ja Unser Mai ne Also Ne 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 Das Problem ist, dass es ganz schwer ist, die am Leben zu halten. Au, ist sie so alt? Nee, die stürzt sich aber ein bisschen kopfüber in den Kampf. In dem Sektor nicht, aber im nächsten. Oje, die Oma. Ach gut, wir sind schon jetzt entdeckt. Nö. Was? Ach, da hinten bist du. Okay. Eigentlich will ich nicht hier hin, wo ich mich hingestellt habe. Das ist die Scharfschützenposition, weil du musst hochgehen, dich hochschleichen, die Typen oben auf dem Plateau platt machen und dann vom Plateau mit den Scharfschützen runterschießen. Warte mal, ich tu nochmal da umstellen. So, okay. Du meinst hier hoch? Aber Achtung, da sind Typen. Ja, die mache ich bei. Der macht mir keinen Kopf. Der macht sogar M.D. Platz. Ja, aber M.D. hat keinen Schalldämpfer. Okay, verstanden. Okay. Achtung. Was ist? Ich habe dich jetzt gerade... Mist, ich habe dich auf dem Plan. Ich habe mit Igor die aufgemacht und dahinter steht sofort ein Typ. Da habe ich dir wieder zugemacht. Ich habe dich drin, das ist auch okay. Und habe mit dem Scharfschützen, mit dem Colt da oben platt gemacht. Oh ja, das ist eine schöne Ecke, wirklich. Und du meinst, das spielt sich alles hier in der Nähe ab? Ja. Ja, gehe ich mal mit dem Bunz. Eigentlich müsste ich... Der Dings lasse ich ohne, ich gebe ihm den Colt mal hoch. Du mein Freund, du bleibst trotzdem hier unten. Ja, falls du als Heiler benötigt. Da ist eine Brücke, für später, ne? Die Brücke, ja, die wirst du nicht brauchen. Die sind alle unten angerannt, die Straße entlang. Guck mal, wer da noch ist, den hätte ich fast nicht gesehen. Ja, 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 der muss weg. Gut, das ist das. Wenn du oben in Position bist, mit allen beiden deiner Scharfschüssen noch müssen. Und gehst du Bunz? Ja, war nicht. Yes? Rot, rot, rot. Ja, viel Kampel. Also die haben irgendwie hier... Ja, die können noch weiterfahren. Die können noch weiterfahren. Ich sehe es gerade. Und die Bunz kann auch zum Beispiel an das gegenüberliegende Ding unten, wo die Boote aufgetürmt sind, wo die Wäscheleine sind. Nein, noch Typen. Die kannst du dich schon mal ausdünnen. Weil ich werde mich sobald du in Position bist in den Kampf bewegen, weil genau hinter der Tür steht einer und der Igor wird ihn auch tot machen. Du bist in der Kampelposition. Kassel und effizient. Und die Schiffe getürmt sind. Bei der Brücke ist es nix. Da ist die Kamera, die haben sich ein eigenes Skinner gebaut. Da ist ein Schiff, da hinten ist auch ein Schiff, aber ich müsste weiterlaufen. Warum siehst du davon da, wo du bist, keiner? Weißt du, ist das? Ja, aber die kommen gleich alle. Bist du in Position einigermaßen? Oh, wenn ich sehe, der Igor greift jetzt gleich an, ne? Hinter der Tür. Alles klar. Passt. Moving. Hast du jetzt geschossen? Ja. Hast du getroffen? Luis Lillet hat Schmerzlaute gehört. Ja, ich habe getroffen durch den Tod, aber irgendjemand hat es auch gehört. Hm. Die sehen hier keinen. Bleib mal verdeckt. Noch. Bin ich doch. Ne, ich meine ich. Jetzt haben wir ja, die Süße, die seht da nix. Dann höchstens noch eins vor. So mehr Skierbunner noch. Genau. Ist mir egal, ob die mich sehen oder nicht. Hm, hey, noch sehen die sich da oben nicht. Aber ich wundere mich, dass du da hinten an dem Ding keinen sicht. Mal wollen den mal welcher. Ja, ja, ich sehe es ja. Vielleicht hat er sich auch gebraucht. Ja, ja, das war schon klar, aber da wo die Boote sind, wo der Doktor da rumrennt, das sind normalerweise auch mehrere Typen. Wenn die alte Kummer kommen, kommen wir so. Ja. Aber vielleicht, ja, hier drüben ist es ein bisschen neblig heute. Auf der Seite. Ich bin bereit. Ich auch jetzt. Und die habe ich jetzt mal. Wo kommt denn der her? Der springt da irgendwie, wo war der denn? Oh man, ich habe keinen einzigen Feuerschutz jetzt. Der Barry ist drüben und ich habe auch Feuerschutz überall an der Wand hier. Das ist auf jeden Fall der, der die Schmerzlaute gehört hat. Ich glaube nicht so. Er wird mich definitiv besitzen. Okay, 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 Abbruch. Komm mal. Oh, ja, hast du schon platt gemacht. Wee. Ja, wenn der genau vor mir steht. Oh, wir sind aus dem Kampfdreißen. Das heisst, das war der einzige, der es mitgekriegt hat, dass wir da sind. Wundervoll. Kommt aus dem Dorf noch was? Ja, ja, schleichen, aktivieren. Ja, ja, da sind noch einige. Die sind hier in den Häusern und ich muss jetzt aufpassen, wie ich die pulle. Ähm. Eigentlich. Da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. So, das ist uns. Das ist was für dich. Wow, 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 Igor. Stopp. Aber warum ist denn der jetzt reingerannt? Das ist nicht der, das ist ein anderer, die sind zu zweit. Achtung, bevor du schießt. Ja, ich... Die sind zu zweit, die sind zu zweit. Die sind zu zweit, aber andere ist immer noch da. Ich seh nicht. Das siehst du nur gerade nicht. Bevor du schießt, lass uns mal vielleicht gucken, ob wir den anderen auch ins Visier bekommen. Wenn ich jetzt laufe, seht ihr mich durchs Fenster, warte mal, der guckt aber mit dem Rücken zu mir. Ich werde mit Barry mal eine Reise außen rum machen, vielleicht kriege ich ihn so. Ja, das ist ein paar, das sind drei Stück. Das sind zwei Stück in einem Heister. Und irgendjemand, irgendjemand, irgendjemand wird gerade entdeckt. Ich weiß aber nicht wer. Ja, die ist schon weg. Also Igor sieht den einen, Barry sieht den anderen. Ich seh den anderen wieder nicht. Soll ich nicht schnell das Blatt machen, die zwei? Wenn du eine Granate schmeißt, wäre das vielleicht keine mal so verkehrt, wenn du kannst. Und danach kriege ich immer noch nach. Aber das Problem ist, nein, ich kann sie nicht schmeißen, weil hier kein Fenster ist. Hm, okay, aber wir sind ja noch nicht im Kampf, das heißt, ich kann eigentlich, aber das Problem ist, dass da hinten noch einer steht und ich, wenn ich die Granate schmeiße, bin ich offen für ihn. Kannst du irgendwie die Granate... Ja, okay, ich kriege die Granate rein. Aber ich treffe nur einen. Aber vielleicht mache ich das Haus kaputt. Ja. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aber... Aber... Aber gehen in Deckung, aber... Aber gehen in Deckung, aber... Ich gehe jetzt auf jeden Fall, dass wir in Deckung kommen. Das war die Scheiße. Scheiße, Scheiße gelaufen ist. Die sind in Deckung gegangen, die Scheiße. Die sind in Deckung gegangen. Ja. Warte mal, den hat aber platt gemacht. Ja, so hätte ich es von vornherein machen sollen. Ich habe jetzt Mauer. Barry enttarnt. Warte mal, aber Barry kann doch eine Granate schmeißen. Aber dann treffe ich den Scheiß. Zivilisten da hinten. Egal. Oh, come on, jetzt. Okay. Kannst du dich nicht durchschießen? Okay, dann... Geh mal, bis wir dann Colt haben. Colt, wie sieht es aus von da hinten? Siehst du was? Leiffeuer, erstaunlicherweise sieht die. Ah, ne, Colt. Okay. Colt hat geschossen. Jetzt kommst du dran. Hm. Warte mal, du hast mich einfach mit Leiffeuer auseinander schießen, vielleicht kriege ich den Sound kaputt. Dann mach's. Aber... Oder ich treffe ihn. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und jetzt legt er sich hin. Aber den kriege ich nicht jetzt hier. Nein, nein, das ist alles falsch. Schau, wie ich es mache. Okay. Gunst, dann machst du das jetzt hier. Ist er gestorben? Nee, der ist... Leiffeuer hat so viel Intelligenz, dass er die goldenen Fähigkeiten hat. Und ich habe ihr den Skill gegeben, der ist tot jetzt. Dass die Statuseffekte beim Feind verursacht. Und eben war er von meinem Treffer erschöpft. Deswegen hat er sich hingelegt. Eigentlich ist das... Ist auch schlicht. Der Effekt merke ich gerade, weil er dadurch in Deckung war. Aber... Aber... Hmm... Hmm... den schuss jetzt gehört und zwar von allen seiten also jetzt kommen sie von vorne wahrscheinlich irgendwann wir haben jetzt auch alarme ausgelöst also diesen definitiv gewarnt ich glaube ich nicht ich habe aber jetzt auch keine keine punkte mehr und nichts ich mache bereits ich habe uns noch aber die die kann aber nur an lesern im moment hat sie kein net mal das konnte und so ein kult aus da könnte jetzt darüber darüber wird in der position ist gut ich mache bereit ich hab schon davon bekommen sie jetzt die sportflinken fuzis das sind jetzt das ist deine aufgabe genau boots macht links aber erst mal der cold was anderes ist aber jetzt nicht hier aktiv alles gut drehen wir rum so lieber cold voll zielen genau 138 so der andere braucht das gleiche schicksal einmal ein bisschen dran aber gut genug reicht auch wo noch ich sehe keinen der zeit das heißt ich mache wieder mal feuerschütz nur dass sie sich nicht irgendwo anschleichen ich guck mal durch den worten wir bis die sich direkt hier auch krokodile alter da gibt es ja nicht sicher dass man auf dann da könnte man mal schießen aber da ist nichts dann machen wir bereit wenn da die punkte mit einem die beurte ich weiß jetzt nicht wo die rung gerannt kommen aber ich sehe die nicht mir gefällt das nicht ich lass mich mal bis zu scouten ich nehme ein g-mod gleich modus ja leiffeuer leiffeuer du bleibst wo du wirst nieder du bist der einzige da noch bis zum schluss im schleich modus war sehe nach wie vor kein muss bereit machen nicht dass sie dir in den rücken grad fallen über die brücke das kann nämlich sein ich habe schon aber geguckt und wenn sie das mache und die ist auch schon da unten denn tun wir mal jetzt mal laden die position von dann ist einfach zu gut ich kann da nicht viel machen breit feindlicher zug wieder immer noch ich nehme aber dings mit ja eben die hat noch mal rüstung also dann ist es endlich abfragen kann ich gehe mal hinter die betonen das ist kein blech ne das sieht noch aus wenn ich alles bin aber also ego ist jetzt komplett mitten drin und sich immer noch keiner was war das für ein geräusch ja live wo er auf ein punkt beweglichkeit bekommt es umschleichen ok ich mache bereit ja ich komme erst zur brücke ok 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 da hat jetzt natürlich ego in visiere oder nicht Hey, wer drüffst du denn? Ajo So, das war's Der letzte Gut Das war der einfacher Von beiden Sektoren Ja, das waren ja die Lesion Oh, und die Lesion Guys, ja Wo geht ihr denn dann? Warte mal, bleib mal oben Da oben ist ja auch noch was Oh, Pump-Action, Alter Automatik 5 Bleib liegen Was gibt's denn hier noch? Da ist eine Batterie, willst du da ran? Darf ich doch in die Maut? Nee, das ist nicht notwendig Damit kann man diese komische Tante da rufen Aber nur nachts Das brauchen wir im Moment nicht zu tun Das, irgendwas Okay, gut, dann können wir runter Ja Da ist die Tante Nääääääääääääääää, das ist gut Ah ja, da sollst du auch mal hochgehen, aber wir bleiben da unten. Ah, wir können hier mit diesem... Ich baue gerne Teile als Zugrad. In das Haus müssen wir da auch rein noch. Das ist großer. Und das ist großer. Der Rest von mir jetzt ausgesehen ist der. Hier. Das müssen wir mit dem Tipp da labern. Das könnte eigentlich stehen, ja. Und das für ein weiser Mann. Das ist der Ebene vom Biest. Der sieht aus. Wirklich so. Sind sie nicht alle... Indianer? Ich denke, das ist nicht richtig oder nicht. Wirklich so. Wirklich so. Oh, naja. Bieste können manchmal auch schön sein. In der Fall dieser bestimmten Bieste... ...sieh manchmal... ...sieh zu lange vor. Bereit. Bereit. Bereitet die Legion euch Schwierigkeiten. No. Hier müssen wir dann Miliz ausbilden. Und dann... ...der nächste Sektor wird deutlich schwieriger, weil da ist ziemlich viel Armee. Ah, dann wird sie ein bisschen jetzt. Dann müssen wir wieder aufpassen. Ein bisschen. Ich meine, das war jetzt auch gut gekämpft eigentlich hier. Gut vorgekämpft. Und die Position oben war sau stark. Leider gibt es eine solche Position nicht im nächsten Sektor. Dann bleibe ich trotzdem im Hintergrund mit der Netzweh. Aber in der Nähe halt. Na? Sie können ziemlich schmerzen. Sie sind meistens nur Leute. Vielleicht könntest du ihnen die... Du weißt was, wenn... Hier kann man technisch gesehen von ihm eine reparierbare Brechstange kaufen. Mhm. Mal gucken ob ich die bekomme. Herstellung steht da. Ah ja, gleich beim ersten Mal sogar. So, Plasma Waffen Brechstange. Das ist natürlich nur eine reparierbare Brechstange. Aber es ist besser als die normalen, die... So, da brauche ich von ihm nicht. Tschüss. So, ja, ist ja gut. Wer hat denn die jetzt bekommen? Ähm, diem, 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 diem. Livefeuer braucht die nicht. Igor will die haben. Igor, Igor. Kann das sein und nämlich verschrotten. So, hier gibt es auch eine Werkstatt, aber wir haben kein Schwarzpulver. Von daher können wir keine Munition herstellen. Nee. Ich werde gehen. Na gut. Ähm. Ähm. Nicht abbrechen. So, hier müssen wir Operationen, Milizien-Eis bilden. Das macht Kult und Bunz. Ähm. Wir haben gerade einen Spielabsturz. Wir haben gerade einen Spielabsturz gehabt. Wir haben gerade einen Spielabsturz gehabt. Wir werden jetzt auch angegriffen. Ja. Zeig mal her. Wir kriegen Angriff von den Todecaptor. Ja. Leider ja. Genau, während wir was machen? Äh, oder auch nicht, weil das ist Shallow-de-Play. Ich war ganz im falschen Sektor. Automatisch auflösen. Oh, da ist Munition gefallen. Nee, das war nicht das. Das war in Shallow-de-Play und jetzt kommt der Angriff bei uns. Jetzt. Problem ist, dann sollten wir eigentlich auch spielen. Weil... Sonst haben wir Verletzungen davon zu tragen wahrscheinlich. Wir könnten auch automatisch Auflösung machen. In der Hoffnung, dass wir das einigermaßen gut überleben. Ja, das ist aber nicht gut, ne? Naja, wir kämpfen. Jop. Start. Bei mir ist das jetzt erst gekommen. So, unsere Startpunkte sind oben, wo du gerade beworst. Aber die kommen jetzt von unten an der Brücke. Das heißt, ich werde mich jetzt selber auch hier oben positionieren. Zeig mal die Position. Ah ja, da. Die Position, Meister. Ich bin schon positioniert. Von unten, ne? Du musst ein bisschen näher herankommen, sonst kannst du sie nicht treffen. Du meinst von da oben hier, ja? Ja, da wo das Ausrufezeichen ist. Genau, da siehst du sie. Warte. Warte. Danke. Cold hier hin. Und hier hin. Und... Und... Und die... Und die... Ego ist hier drüben. Machen wir mal so. Und ab in den Schleichmodus. Just like exams. Man, I love those. Höhöhöh. Überraschung. Oh ne, bitte trifft nicht, ist voll vorbei. Weil die sich gerade in dem Moment bewegt haben. Oh Gott, war das schlecht. Hahahaha. Oh Gott. Mist, ich wollte gerade schießen. Ich hoffe, ich habe die gerade perfekt geschmissen gehabt. Aber in dem Moment, wo sie geflogen ist, fangen die an sich zu bewegen, Alter. Äh... Rekruten haben wir auch noch, ja. Ja, die werden aber nicht viel tun. Außer sich ewig unsere Zeit zu rauben, weil sie überall in der Stadt sich jetzt rumbewegen. Hm, ja. Ja. Und dabei für jede Bewegung fünf Minuten brauchen. Mach doch mal. Ist ein schlimmer wie du, Ball. Hahaha, danke. Naja, komm, ein bisschen hat sich was gesagt. Ich brauche keine fünf Sekunden mehr, ich brauche vier Sekunden. Hehehe. 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 Hosa. Irgendwo, du hast hier überhaupt keine Deckung. So durch die Deckung gehen. So durch die Deckung gehen. Wir dran eigentlich. Ja. Gut. Pass mal auf, Bunz. Du gehst jetzt mal. Sorry. Ach, shit. Das geht ja überhaupt nicht, erzähl ich gerade. Oder doch. Es würde gehen. Mach dir mal keinen Kopf. Du gehst hier rüber. Und zwar ist denn der gefälligste für Igor der da vorne, ne? Na, oder? Das wird so. Oder der mit der Pump-Action, oder was? Ja, danke schön. Das war ich gar nicht. Du bist zu langsam aber wieder. Pappelnette, ey. Ich halte da. Näher dran, ja. Das ist die Precision und Defizion. Igor! Igor! Was machen Barry? Barry machen das, ja. Was ist denn das für eine Pump-Action? Warum ist denn eigentlich der feindliche Zug, wenn ich noch nicht mal fertig war? Weil ich mit Barry eine Granate abgefeuert habe. Na ja, wie auch immer. Zeig mir ja. Mein Freund. Wir machen erstmal die linke Seite platt. Okay, du könntest dich ruhig hier rüber bewegen. Okay, verstehe. Wie sieht's mit dem aus? Blindschuss. Was macht denn der? Ich hab' ihn doch mal angesehen. Ich hab' ihn doch mal angesehen. Ich hab' ihn in Deckung hinten, ja. Du hast schon mal drauf gedrückt und dann schießt er. Okay, ist aber okay, ist nicht so schlimm. Oh. Sure. Ich denke, ich kann, du kennst, ihn zu holen. Oh, mein Gott. Ja klar. Hat er nen Platz gemacht? Der Doktor macht wieder den Pterbschen-Grid. So Colt, du bist noch. Du Colt, dich für dich jetzt aber mit. Lieber hier vorne oder hier. Colt, du gehst hier rüber. Okay, bereit. Ich auch. Oh, 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 oh. Take that! Ja, klar. Triffst du mich. Igawa ist, ja. Jetzt kommen die Rekruten, mal gucken, was die machen. Aber treff. Oh, die treffen rüber. Oh, die treffen rüber. Oh, treff bitte. Jetzt kommen die anderen da hinten, rechts oben, unten rechts, im Haus. Und dann lauft einer hier durch die... Yes? Ach, jawohl. Wir sind dran. Ich muss ein Baff und deine Granate loswerden, sorry. Treff ich die irgendwie weiter. Weeeeee. Ich sehe, du bist du zu lernen. Ich habe mich getroffen. Na, habe ich nicht. Ich bin bereit, um zu schießen. Ich bin bereit, um zu schießen. Das war so cool! Ich wünsche, ich könnte so schießen. Was willst du? Oh, schade. Ich habe vorbeigeschossen. Bezahe, ich habe vorbeigeschossen. Zwei Mal vorbeigeschossen. Aber es ist nur 44. Hinten ist auf jeden Fall noch so ein Anführer. Wir sehen uns nicht. Ehm, michael hier. Oh, ich krieg den... Ah, klar. Moment kurz. aber noch nicht dahinter und versteckte mdmd was hast du gemacht hier feuerschutz über die brücke hinweg falls da ein führer aufgeräumt kommt stadt gott i'll shoot at anyone i see i mean bad guys of course just the bad guys kannst du auch nicht viel machen eigentlich außer du gehst mal mit hier vor nächste runde falls doch irgendwas passiert hat gar nichts gemacht nicht jetzt mal gucken ob die verbündeten hier irgendwie verdammten baum alter ja 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 Okay, wir sind noch nicht auf die Brücke, weil die Brücke blockiert ist durch deine Leute und die Rekruten. Okay, warte mal, wir gehen auf Colt. Du stehst auf. So, Wounds, wie sieht es mit dir aus? Ehm, Michael hier. 0-0-0-2. Bereit. Ich auch. Oh, der Idiot, kommt sogar bei uns reingerannt. Aber kein Treffer. Barry schießt das gar nicht. Toll. Super. Ganz toll, Barry. Ich habe mal, ich hacke vielleicht jetzt auch hier. Ballert er mir in den Kopf mit irgendwas. Da unten, Achtung, der. Ja, der macht mir das kaputt. Nee, darf man da driften. Oh, er ist vorbei. Rekruten, Rekruten, nanananana. Der hat Barry getroffen, Rekruten. Da hast du ja einen Eierkopf, ey. Da hast du ja einen Eierkopf, ey. Martin, immer wieder der Letzte. Martin, wo ist einer kaputt. Goldräuser. Zieh mal einen schönen Kopftreffer hier. Ungeschützt. Und... So. Dort wäre dort. Jawohl. We got this. We can use this. Und das für eine Blume schon wieder hier. Munition Standard. Und irgendeine AK wieder. Einfach entladen und verschrotten. Und das Ding tun wir jetzt mal entladen. Hallo. Und... Schrottteile zehn Stück. Jupp. Gut, dann können wir weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ähm... Warte kurz, ich wollte die Pflanzen... Ja egal, die Pflanzen sind halt dort. Ja gut, wir haben aber so viel Medizin. Ja, haben wir schon genug. Die Diamantlieferung rand weg. Ja, ein schöner Jeep hier. Ein altes... Schöner Army Jeep. Oh oh. Gufus Mine. Boah, das haben wir gerade nur so gehalten. Ui, guck mal aber. Ein einzelner Elite. Und absolut hier die Granaten und eine Gefühle mit Ersatzteilen. Ja. Ja, ein einziger. Das kannst du gleich an Milizien herhauen. So, gut, das haben wir. Mhm. Gucken wir mal kurz im Sektor versteckt. Das haben wir nix mehr. Haben wir alles verschrottet. Okay. So, für die nächste... Nächste Sektor ist etwas knackig. Mhm. Geh mal hin. Geh mal hin. Geh mal hin. Oh, sieht schön aus. Aber ich hab da schon einen Punkt getroffen. Wenn ich da hinkomme, ist cool. Ich geh aufs Haus raus. Äh, da sind die Feinde drin. In dem Haus da oben? Ja. Leider. Bereit. Start. So, wir starten nämlich von hier unten. Wir müssen sofort in den Schleichmodus. Lass mal gucken. Hier ist ein lauter Wasser. Ne, glaub man, setzt sich neben mich. Wir müssen schleichen. Ne, ich... 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 Nun mal einen Überblick mir verschaffen. Alles gut? Ja. Das ist leider nicht ganz einfach hier. Weil... Zumindest ich mit meinen Truppen... Ich muss mich an dem Typ da irgendwie vorbeischleichen. Oh, das sind ja mehrere. Gut, dass ich das gemacht hab. Moment. Ach du Schande. vorsicht vorsicht bevor du irgendwas machst die schlechten über um der ganze boden und oben sind andere menge du kannst ruhig hier unten bleiben und von hier mich unterstützen aber ich muss noch kurz mal was checken komme ich hier hoch ab jetzt scheiße komisch war die nacht es kriege ich das ein bitte 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 nicht Ich bin da hoch Shit, ich muss kurz einen Rückzug machen, der guckt mich an Das ist dunkel, das heißt, du könntest durch das Zahn schleichen Aber jetzt geht er weg Das beste Vorgehensweise hier ist das Heiß zu stürmen Wo du sowieso hin wolltest und dann von oben die Typen unten erledigen Allerdings gibt es hier soweit ich weiß Minen, ich muss aufpassen Hier war es auch nicht schlecht, ich komm rüber Ich habe ein Loch in den Zahn geschnitten, aber es gibt hier sehr wenig Deckung leider Ja, was drüben nicht der Fall war Problem ist, wenn du drüben bleibst, bleibst du unten und die haben von oben Ähm, die Möglichkeit mit einem hohen Zielbonus auf dich runterzuschießen, ist leider so Ich weiß was du meinst Okay, pass auf, der einer kommt Fuck, 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 fuck Aber das sieht mich nicht, weil es dunkel ist Wie auch immer, das schafft mich nicht zu sehen Aber trotzdem hat er ein Fragezeichen Ja, ja, da hat Barry angefangen Das musst du ihn trotzdem töten Ja, ja, das ist okay Noch haben die uns nicht entdeckt Das kann jetzt auch eine Chance sein, weil die kommen jetzt Die kommen jetzt und ich tue eigentlich die Gelegenheit jetzt nutzen, um mich etwas zurückzuziehen Wir haben die jetzt angelockt, das ist okay Barry kann dann wieder hier zurückgehen, in die Deckung Und Igor kann in diese kleine Nische hier gehen Um schlecht gesehen zu werden LifeWire Ja Ich will mich noch nicht zeigen Es hat mich eigentlich nur dieser komische Speer da entdeckt Die anderen sind noch alle im ZZ und du siehst auch da hinten stehen mehrere Typen mit Ja, Raketenwerfer und siehst du da hinten das Biest Das ist die Kampfoma Vom Balkon runter gucken Da hinten? Ach Gott, die Arme Ja, ich bin da Ich bin die Oma Problem ist, problem ist, die wird jetzt extrem aggressiv Streitsuchen mit den Soldaten Und die Soldaten machen die ziemlich schnell kaputt Na ja, klar Komme ich nicht zur Hilfe Irgendwie Ich weiß nicht, ob ich das riskieren soll Hm 4, 5 Ja Mal kurz, ich mache jetzt auch was Oh Gott MEDIC MEDIC Woher kenne ich denn das? In solchem Spiel Äh Ja, ich bin doch immer noch dran Was soll denn das, ey? Jetzt ist der Gegner dran Ja Hm Ich glaube 1973 Ich habe das gehende Bedürfnis Die Hände veranlachtlich hinzufeuern Kriegst du es hin? Wenn das gemacht wird Das war so cool! Ich wünschte, ich könnte so schreien Ich sehe, du bist du zu lernen So, warte mal kurz Hm So, warte mal kurz Hm Going right now Uh, I was never good at hide and seek Achso Ich bin bereit Nico Just the bad guys No quarter, run them down Off Die Grenze, ja. Der aber ist doch gerade drin. Warum schießen wir? Ja, weil die Leih vorher das nicht gepeilt hat mal wieder. Naja, okay. War wenigstens nicht ein böser Treffer. Für die Inguhr. Ah, der Speer geht mir auch vorab. Oh, der hat vorbeigeschossen. Du hast mich getroffen, ey. Das zieht auf dich, wir haben ja schon öfters erlebt hier. Und das für einer. Ach, du musst erst vorbeigeschossen. Ah, der will gegen die Oma kämpfen. Naja, das Problem ist, eigentlich ist es gut, dafür zu sorgen, dass die überlebt. Aber das ist fast unmöglich. Das kommt der nicht hin. Da hätten wir auch Feuer bis zu ihr laufe, Müse. Dann hätten wir es geschafft, der Wind. Die ist nicht schlecht, den Kämpfen übrigens. So, ganz nett bei. So, jetzt pass mal auf Colt. Kriegst du den ersten Tag? Das war gelacht. Kriegst du den, ja genau, dann. Weil ich hätte gern stürmen, dann mit Igo. Aber dazu müssen die erstmal weg. Zack. Das schießt zurück. Dieser Schrot flinkt auf die Entfernung, ey. Wow, Alter. Der hat's überlebt. Hab's gesehen. Und du... Hast du auch nur noch sieben Munition? Ehrlich? Oder du hast schon mal geschossen. So, Bunz, du bist zwar weiter weg, aber du bist der bessere Schütze. Wenn wir noch ein paar Punkte sparen, könnte ich von hier zwischen den Netzweh den wieder anvisieren. und... ...protze noch mal anschießen. Aber jetzt liegt das. Gut. So, jetzt pass mal auf. Jetzt hab ich noch... ...MD. Gucken wir erstmal, was du treibst. Ja, ich warte jetzt manchmal, was du machst. Ich hab mich nur in Position gebraucht. Ich hab auf jeden Fall... ...könnte ich denn hin... ...den... ...fast tot... Ja, dann erledigen. ...mit dem Schaffschütze-Gewähr echt. Ja. Dann kann ich den anderen Speyer umbringen. 6, 5, 7, 6. Wettgemacht. Oh, actually managed to sneak up on someone. Ja, da liegt. Das Ding ist eigentlich... ...würde ich lieber... ...dieses Arschloch hier umbringen. Bevor die Oma eine Rakete frisst. Kommst du hin? Nein, mies Geschick. Aber es hat trotzdem gelangt. Grotes Ding. So, spring mal rüber wie der Kamera. Ah, der muss ich ja selber machen. Danke. Du Armi, du Armi, du Armi. Wir haben keinen Schutz zwar, aber den brauchen wir auch nicht. Ich bin... Komm, Abmarsch. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Nur noch Live-Feuer. Libre. Live-Feuer. Bereit. Ich habe schon gedrückt. Mal gucken, was die machen. Ball haben durch die Luft geflossen. Ja. Igor auch. Igor auch. Eieieieieieiei. Arme Position zur tödlichen Oma, die im Nahkampf jetzt die Machete rausholt. Leider nicht. Oder einen Katana. Was ist denn asiatische Oma? Das sind eigentliche. Ja, so eine eigene Mangelgruppe. Aber die Oma wert sich. Das stimmt. Wie sieht es aus? Verbindete, wo sind sie? Die Oma, wie da drin. Und genau, junge Frau unterdrückt. Jetzt hört es her, die Oma ist nicht blöde. Junge Frau. Das war... Ja. Barry, ich könnte den zwar umbringen, aber zeigt mir, wo ist denn die Oma? Ach Gott, ist die weit weg. Wir bringen erst mal Barry, pass mal auf, die Bunz ist ja die Hinrichtung. Igor wird das so hinrennen. Die Bunz kommt da nicht hin. Igor kann nicht rennen, weil er einen Schuss ins Bein kassiert hat. Ah, ah, ah. Was ist los, Andy? Dann geh mal hoch. Lad mal einmal. Dankeschön. Kommst du an den dran? Sag mal echt, jetzt kommt die Bunz als, der Colt als Einziger dran. Naja, okay, ist halt so gut, Colt. Hast du den einen umgebracht schon? Ja, der ist tot, aber... Was machst du denn du, Bunz? Achso, ich bin bestimmt aus für sie noch. Ja, es wird schwer, da ranzukommen. Aber wie überlebt die Oma das? Schwierig. Ja. Bereit. Was ist denn jetzt passiert? Die machen sich gegenseitig. Die Oma stellt sich immer so hin, dass die auch getroffen werden, die anderen. Guck mal an da. Die hat die nicht getroffen. Die Oma ist so dünn, dass er sie nicht getroffen hat. Schon wieder nicht getroffen. Alter, die treffen die alle nicht. Guck mal, die hat sich echt da weggestellt wieder. Da hat die... Nee, die hat die... Die Oma hat den platt gemacht. Die hat schon zwei platt gemacht. Ja. So, jetzt kann aber Igor rennen. Leider nicht weit genug. Aber. Aber. Barry könnte eine Granate wieder feuern. Und die stehen gerade alle zusammen. Und die haben sie nicht getroffen. Machen wir mal. Miesgeschickt. Hoffentlich. Triffst du nicht die Oma? Nee, aber ich treffe gar keinen. Das ist auch nicht so doll. Ja, aber. Das ist wirklich immer treffend. Verdammte Scheiße. Egal wo ich hingehe, ich treffe die nicht. Doch, von hier würde ich sie treffen. Warte mal. Habe ich die Deckung? Sure. Ja. Man wird ihn nur ein bisschen anschießen. Vielleicht. Vielleicht. Da ist noch Raketenschütze. Fuuuuck. Ja, vorwege. Ich kann die von ihr treffen. Banane kann ich. Ja, mehr kann ich jetzt aber auch nicht mehr machen. Ich bin jetzt gerannt sogar. Ich stehe mit den meisten sogar. Gerade außer neben Colt. Ich bin jetzt gerannt. Lifetime hat zwar 8 Punkte noch, aber... Ja, super, aber die kommt nicht in die nächste Deckung damit. Nee. Nee, bereit. überlebt noch eine runde die haben so ungenaue waffen die oma ist kaputt sieht die alt aus die hat eine maske eine runde zu spät ist die komplett hinüber oder kann es ja die ich hinüber konzentriere mich auf den kampf machst du was jahre in die arme ich habe das manchmal hingekriegt die zu retten aber wir hätten aber komplett aus herum gehen müsse in auffällig stand kaum möglich oma oma die pressen Ich habe eine Garnate rüber gefeuert. Ach man, eine Runde zu spät. M.D., du hast gerade schon viel, mal weh. Ego hat noch so viel auch, kann so einen sehen, von irgendwo, natürlich nicht. Nicht so einfach. Ich glaube. Ich kann es nicht machen. Vielleicht sollte jemand besser, als ich, den ich nehmen. Äh, da muss ich bis ganz vorher. Jetzt, aber jetzt kann ich ihn nicht mehr ziehen. Aber prüft mit der Mutti. Okay, laden, geht auch nicht mehr. Hat gar nichts gemacht. Oh, live Feuer. Das ist der Hammer mit der Kunstgrad. Das geht es doch nicht. Ich habe gleich alle verbraucht und habe ihn nicht getroffen. Ready. Going right now. Guck mal. Richtig. Well, das Kampf um uns leider verloren wird. Ähm. Naja. Ja? Klar, wir kommen da hin. Hier ist ein Qualitätsstück. Ja, das ist die Omas Waffe. Krass Waffe, oder? Das ist einer der besten Maschinenpistolen, wenn du so findest. Eigentlich ist es zwei. Die Livewire hat ein Sturmgewehr, da ist sie eigentlich ganz glücklich nicht. Oh. Ja, verkaufen. Ja. Ich bin hier. Ich werde das. Ja, ich kann das nicht mehr. Ich bin hier. eine tasche irgendein barge oder was gegen gewicht das ist doch bestimmt was zum bau durch die gewicht die gewicht ist für verbessern von nahkampf waffen aber wir benutzen so gut wie eine wird das auf igos mahete machen später als er die mal wieder einsetzen soll dann das erhöht die genauigkeit der bewohner ja auch was die kiste schleif streiten kevlar rüstung was was wir 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 ich merke gerade dass die machete vom igos schon ausbalanciert ist gut haben wir ja alles abgekloppert dann gehen wir mal jetzt wieder mal wie milizeis bilden schnell auf die aus dem posten das haben wir das alter wir haben ganz schön was abbekommen was meinst du rüstung ist ziemlich beschädigt so im endeffekt war das jetzt die letzte stadt die wir erobern müssen ja wir haben eine mine nicht zwei besser gesagt aber es ist egal eine halbe millionen haben wir bald ohne was ja normal musst du alle mine erobern um das lager vom major zu schwächen aber wir kommen auch damit so klar denke ich mal viel ist ja nicht mehr jetzt kommt etwas etwas nerviges nämlich der lauf durch den tunnel oder besser gesagt durch das canyon der einzige zutrittspunkt das machen wir jetzt wir laufen wir sind schon auf dem weg da ist was ja hier müssen wir etwas vorsichtiger sein sonst verlieren geist aber es gibt viele minen und so verzehren und fallen und das lauf passen also wir machen die goldene regel der rings vorne ich bin ja ich bin ja ob ihnen schleichmodus so geht mal vor ich bin mal mit aber ich finde mal die minen ich weiß dass sie hier sind was ich bin genau vor mir ich bin ich folge dir nur achtung nicht das ding blündern da ist eine falle drin ich blünder gar nichts das ist deine aufgabe das muss leihfeuer machen aber ich denke hier im vorraum gab es nur drei minen Barry geht dahinter entdeckt und er macht gar nichts zu den anderen zwei Pfosten geht mal her die mine hast du ja entdeckt kann ich lieber ne alle drei minen sind entschärft so lifeweuer hat die falle an dem beutel da entdeckt lifeweuer entschärft das mal ach du wer guckt dich an na das ist du kacke oh das ist die gute ak ein kompletter satz schwerer rüstung aber brutal schwerer das ist die schwerste gerade mal wer sich dran darf wer ja gut der hat schon der hat schon was mit Barry ja das war mein mein gedanke als problem ist dann ist er so lahm dass er schwierigkeiten haben wird in reichweite für die granaten zu kommen ich lasse die erstmal liegen die waffe ich allerdings gut die muss aber erstmal modifiziert werden aber die ich lasse die erstmal liegen das mache ich dann später ja ähm lifeweuer gehe irgendwo dahin igor muss natürlich eigentlich ganz nach vorne ich könnte aber schon einen anschießen ne das wirst du auch tun jetzt genau das was du tun wirst die sollen ruhig kommen sag mir wenn es so weit ist ja schieß ihm den Kopf weg zack so die sind überrascht igor ich vertraue dir na gut übrigens hier gibt es ein krokodil und das werde ich auch gleich raus lassen solange die Tür noch zu ist ok siehst du das Fass hinten an den Kisten ja dahinter ist ein albino krokodil jetzt sehe ich das Fass nicht mehr ich komm da nicht hin grad egal egal kann man auch mal gucken wie im amt vielleicht mal gucken wenn du das irgendwie barry kriegst du das vielleicht ja barry könnte es treffen ok wenn du barry hast dann tue ich ja der wird da jetzt raus kommen die Tür lasse ich mit absicht die Falle drin das ist eine Stromfalle falls die Gegner rein rennen werden diese nämlich auslesen noch haben die Hunde nicht die Hunde sind gehabt jetzt sehe ich ihn nämlich egal ja die werden kommen jetzt die werden jetzt kommen keine sorge ich kann sogar noch mal schießen aber das ist so weit weg ich mach das nicht ist mir zu gefährlich okay problemisch eventuell werden die anfangen uns gleich mit Mörsern zu überschießen Aber noch haben sie uns nicht entdeckt. MOTAL FIRE! Becoming undetectable! Bereit! Wow! Nicht schlecht, Alter. Nicht schlecht. Noch soll einer kommen? Nicht ganz. So, jetzt haben sie aber auf jeden Fall mal Livewire entdeckt. Oder Barry, eigentlich viel mehr. Okay. Immer noch mehr dran, jetzt sind wir dran. Wo ist der Kupfer zu? Der kommt aus dem Wasser raus irgendwann mal. Da müssen wir aufpassen. Der wird auch die angreifen, aber der braucht halt ne Weile um da rauszukommen. Yes? Kannst du die zwei Pfeifen da am Knall? Äh, die Frage ist lieber den da hinten oder erst? Ah, warte mal, Livewire muss weg. Das ist Kopf, 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 Kopf. Ja, Livewire oder Barry? Einer von beiden, ich glaube es ist Barry. Barry, du positionierst dich mal irgendwo hin, wo du nicht störst jetzt mal. Hier hin? Nee. Hier hin? Ja. Hier ist gut. Ja. Hier ist gut. Jetzt zeigen wir mal. Ja. Das ist gut. Komm, Baby, gib ihm mal ein richtig, schlafen. Die Nase. Sehr schön. Ich lade es nicht. Ich werde versuchen, zu geblieben. Eine gute Chance, und sie sehen mich nicht. Ich habe die Tür entschärft aus dem einfachen Grund, die wissen jetzt, dass ich da bin. Und die werden jetzt eventuell... Nicht schlecht, Barry. Barry, warte auf andere Spieler. Moment. Der liegt schon mal. Die Buns jetzt ein bisschen vor. Du hast noch jemanden. Warte auf Spieler. Ach so, du hast bereit gemacht. Nein. Doch. Ich wollte mit dem Buns noch was machen. Naja, egal. Na, aber ist auch wurscht. Was macht der? Der schießt auf Barry. Oh, das bin ich gleich bei ihm bedanken hier. Wer kriegt erstmal noch einmal einen Zwölfer Schaden? Warte auf andere Spieler, Standard. Ja, weil du bereit gedrückt hast. So. Kriegst du seinen Wichser? Ja, den kriege ich schon. Ich weiß auch mit wem. Ich tue den erstmal vor. Ich tue den erstmal vor. Ich tue den erstmal vor. Und den kriege ich nicht. Und den kriege ich nicht. Ich tue den mit dem. dass ich ins Krokodil renne. Aber ich will auch sehen, ob es kommt. Bevor ich Leute wie LifeWire daraus stelle. Ja. Mhm. Das Problem ist, die können alle LifeWire vielleicht sogar noch mal, habe ich gehört. Naja, ich sehe ihn nicht. Barry, ist ich zu ihm? Ja. Hm. 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 Ich bin bereit. Du bist bereit. So, dann bin ich jetzt dran. Oh. Oh. In my sight. Ich bin bereit. Mäh. Suppositiv. Wenn der sich bewegt, Alter, jetzt. Jetzt. Oh, ich bin nur 40 überlebt, Alter. Ohne Elfer nie mehr. Das ist fast Krokodil, ich sag mal, immer noch da irgendwo. Wenn es überhaupt das Krokodil noch gibt, ich weiß nicht. Warte mal, da kommt noch einer erstmal. Irgendjemand hat ihn sogar bisschen angeschossen. Da ist es. Da, guck da. Aber hoffentlich rennt er nicht in unsere Falle. Da muss es sterben. Wäre der Krokodil oder eher? Beide. Okay. Was? Ein Schuss, damit er nicht so gut rennen kann. Das ist ein Krokodil, glaube ich, oder? Mal gucken. Das war alles, was ich zu bieten hatte. Gut. Leifeuer hat davon gelovellt, wie auch immer. Cool, oder? das war das jetzt noch nicht fertig da oben ist ein montiertes Maschinengewehr und da sind auch Minen davor das heißt vorsichtig dass die lieber zu uns kommen ich will sich über diese Bereich die kommen auch wenn es eventuell mehr und dauert ich mach dir mal Platz leider habe ich für livefeuer jetzt keine gescheite deckung die muss da bleiben wo sie ist lass sie doch ich komme jetzt vor looking for stealth kill position looking for stealth kill position I was never good at hide and seek trying to be quiet ready moving trying to be quiet bereit bereit gekommen die krit oh der krit 9 ja und welchen nochmal geschlossen sie ist in ab sie ist in ab jawohl das ist jetzt ein problem das schraufschützen da wir sind nach wie vor im kampf also oh man ist das ein blödes ding hier ok ok und die ein kvuna trifft so gut er hat 90 treffer treffer genauigkeit hat der igor ist besserer schütze wie die bund und kohl igor hat 90 treffersicherheit Bewege ich! Bewege ich! Bullets! die haben nichts gemacht oder was entscheid bleibt ich ziehe mich wieder zurück ich ziehe mich wieder zurück auch nur hier um um ich denke so ich werde definitiv spotten Okay. Becoming undetectable. Yes? Moving. This shot may compromise my position. Observe. One sneaks up on the enemy, like so. Observe. One sneaks up on the enemy, like so. I do not think this is wise. They may see me. Ah, I was never good at hide-and-seeking. Okay, let me know what's going on. Alright. I'm not really dead, idiot. I don't see them anymore. Oh, that's short to me. Pass auf, there are Minen at the top. Have you seen? Before me? I'm going to go with Barry a little bit ahead, to get out of the way to get out of the way. Looking for stealth kill position. Where are they going? Geron. Zurück eventuell. Okay. Okay. I was never good at hide-and-seek. Got it! I'll shoot at anyone I see. I mean, bad guys, of course. Just the bad guys. Find a good position! Haha, get it! He has to die. Let's go. Let's go. Okay, so far so good. Anyone wounded? Okay. Okay. Vorsicht. Oh, du. I will lead. Okay. Okay. Looks good. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. That was the thing you looked at. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Order accepted. Schleichen. Don't forget to shoot. Don't forget to shoot. I will damage the maximum damage. When sneak out of the enemy like so. What? Okay. Hold on. Now another. Okay. Another one. Hold on. Observe. And sneak out of the enemy like so. Yes? Ich sehe den hinteren, nicht mit keinen meiner Tücken. Was? 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 Wir stehen da Wir nehmen noch mehr Feinde da oben auf dem Plateau Da ist einer Zwei Stück Drei Stück Eich, das ist eine 1% Das ist eine 1% Das ist eine 1% haben wir was nicht gemacht wo du geschossen hast jetzt das war es gut 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 das war das wir gehen noch ein kommando was würde ich nicht das ding ich aus dem sektor will ich ein paar sachen ja habe ich schon gesehen und wirst du steck so dieses ak 74 ding ja das ist ein guter worf und zwar wird es ein bürger seiner mit dem sein galilisch mit so mit so prolle allerdings hat es deutlich mache ich weiter deutlich mehr und das ding kann man glaube ich mit der reichweite nicht verbessern aber du hängst eigentlich schon oft im nahkampf da kann ich ja auch dings nehme so eine schusswaffe wieder auch navokernummer hat ein bisschen weiter zu schießen also beide benutzen berri braucht eigentlich keinen Ja Juhu Ja So ist die Frage, will ich ihm die Verrüstung geben? Hm Ah, will ich Na, tue 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 Tucktucktuk H2 Gut bin fertig Okay Jo, nächsten Sektor Nächste mit Jener oder was? Ja, ne, das sind jetzt halt ein Haufen Legion Typen die wir jetzt leider auf dem Weg zu unserem Ziel umballern müssen Ok Start Ach du meine Güter, das gibt einen Labyrinth Lauf Ja, 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 gibt es Oh je MD present Let's try to do this with style Ah, I was never good at hide and seek Looking for stealth kill position Ja, aber mit Igor hab ich keine Angst vor Igor ist verdammt gut in Schleichen Selbst mit seiner schweren Rüstung Warte, da kommt noch einer Ja, ich sehe Problem ist, mehr Leute wie Igor, ich ziehe meine anderen beiden zurück Die Scharfschützen könnten die auch von dir platt, von hier unten platt machen Ja Warte mal noch nicht Da oben ja, aber hier nicht Hier Frisch Mal kurz Ab zum Schlafen Der wird aber halt gesehen, wenn da einer kommt Ja, alle hoch, alle hoch jetzt Ich sehe einen Ich sehe einen Ich habe noch einen im Visier gleich Na, dann mach ihn mal Die anderen kommen auch irgendwann zurück, die müssen wir dann auch abknallen. Pass auf, da oben ist eine Menge los. Was weiß ich. Ja, wie an der Beide ist, das jetzt geht. Ja? Ich werde versuchen, sich hier zu verleiten. Verzüge, wenn du von Beide ist, das jetzt geht. Verwärts sich einen Schuss-Kill-Muss. Sehr gut. Achtung, treu. Mehr. Drei sehe ich gerade. Ja, wir sehen. Drei, aber es sind mehr. Scharfschützer. Alle drei sind alarmiert. Kannst du welche von deiner See? Igo kann nur den scharfschützen. Konrad. Konrad kann ich sehen mit... Wie heißt da mit Igo? Wenn den platt machst, ist das super. Das ist der einzige, den ich nicht sehen kann. Ja? Problem ist, genau der roten Helm, man. Und er hat überlebt, fuck. Warte mal. Igo ist nicht auf Schleichkillen geskillt, man. Bunz, Bunz hat nur noch vier Schuhe, Mist. Aber ich kann ihn trotzdem umbringen. Ich versuche, dass ich ruhig sein kann. Was? Das ist jetzt aber nicht ganz, was ich wollte. Ah, ich bin nie gut an hide-and-seekern. Kannst du einen davon umbringen? Von den linken? Ja. Also Scharfschütze wäre mir schon recht da in dem Feld, aber... Nee, ob du einen davon irgendwie vielleicht treffen kannst. Ich kann genau eine Granate werfen, die bringt's einfach nicht. Zwischen die zwei dann? Ja, die zwei treffe ich damit. Aber die sterben davon nicht. Und Barry ist dann entdeckt. Und im Moment ist er noch versteckt. Ich würde es fast schon eher riskieren, einen Schuss auf den Scharfschützen zu schießen. Ich glaube nicht. Es wird definitiv mich spotten. Dann lass mich zuerst. Ja, nein. Fuck. Worst Case. Okay, Barry ist entdeckt. Und hat einen Scharf. Okay. Super. Mega Worst Case. Live Fire, du hast keine Rüstungen und du hast kein Leben. Soll ich dieses wirklich da hochsetzen? Mist. Ich habe recht. Ich habe recht. Ich schieße die Live Fire da hoch zu jetzt. Und weil Barry hat mittlerweile auch Schwere Rüstungen. Nee, ich mache es nicht. Ich bin bereit. Barry muss es halt jetzt fressen. Ja. Bereit. Ja. Bereit. Ich habe es noch nicht. Mal auch mal Glück für uns. Der wird treffen. Ja, der wird treffen. Oh, der schießt gar nicht. Der schießt nicht, Gott sei Dank. Aber der auch noch. Okay. Okay. Aber die Maschinengewehre, die sind wirklich schrottig geworden. Also ich will sagen. Der riecht nicht zurück. Naja, aber du triffst irgendwie nicht viel. Unnädtische Munitionsverbrauch. Oh, das war knapp. Haha. Da will ich jetzt jedes Mal zurückschießen, Alter. Hey, du kannst aber auch treffen, Alter. Seid ihr alle blind oder wo? Und? Da gehe ich jetzt eins wieder hoch. Du musst irgendwie den kriegen. Super. Den kann ich anvisieren, denn auch noch nicht. Okay. Ich gehe mit kurz nach. Ich gehe mit kurz nach. Ich gehe mit kurz nach. Oh, das ist der Scharfschütze oder nee, ne? Nee, es war einer der Maschinengewehrschütze, ne? Ja. Ja, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ja? Oh, Barry, Alter. Beim beste Wille. Trich doch wenigstens mal aus Versehen. Ach, mal. Ich glaube, da muss ich an die neue Waffe erst gewöhnen, ne? Oh, ich war ja, du musstest jetzt retten. Das ist ja wirklich klar, ne? Oh, ich war ja, du musstest jetzt retten. Oh, ich war ja, du musstest jetzt retten. Ja, das war aber nicht gerettet. Das war schon besser. Ich bin stolz. Stürmen. Ähm, 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 ähm? Das ist nur ein Maschinengewehrschützer. Ist nicht so gefährlich. Und? Ich bin der? Ihr beten, jetzt? Möhn. Um, Stats? Moving to position. Becoming undetectable. I got this. Steady does it. Breit. Breit. Risiko. Normal. Nehmt Barry, Gott sei Dank. Barry schießt aber dummerweise wieder zurück, unnötigerweise. Ja, trifft mal wieder. Ist zu weh. Kampf der Blinden. Jetzt sind alle Scharfschütze oben. Überlebt der Nett, wenn der jetzt keiner... Das war super, Barry. Und macht dann jetzt Platz. Ja, der geht mir auf und sagen gut. Auf Wiedersehen. So, wir sind aus dem Kampfdreißen. Aber noch nichts. Beendet. Was willst du? Klar, wir kommen da hin. Komm alle her. Schleichen aktivieren noch wieder. Absolut. Guten Tag! Hä? Ja. ich hatte nämlich mich an angst davor dass wir jetzt zusätzlich zu dem kampf eben auch noch mit märzertrupps da ist ein bomber da ist einer das ist für dich mehrere bombe ich stelle mich mal weg der andere bombe hat es gesehen machen wir jetzt nicht jetzt gehen wir vorwärts looking for stealth kill position und durch cash links rüber tronchi 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 umgefunden gute art ich glaube mhm igor könnte auch noch mal schießen falls du ihn angreifen willst ach scheiße da ist vorbei ich habe vorbeigeschossen aber du kannst ja auch jetzt angreifen ne da hat sich jetzt so hingestellt dass ich ihn nicht mehr sehe was kurz die schaden mich kompromisieren ich gehe trotzdem vorwärts bereit bereit gut dass du ein bisschen vor bin sie schießen jetzt mit mörsern ok wir sterben hier hier vor 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 hm hm ready ich muss vorsichtig sein wenn oder man lasst mich mal mit der bundesers ausprobieren nein habe ich erledigt aber nicht den wohl nicht den richtigen mit den anderen komme ich nicht weit genug ich muss mich zurückziehen looking for stealth kill position schau hm ich glaube nicht das ist schade ich glaube nicht das ist schade aber sie sehen mich das ist absurde immer noch ja das ist ich bin sicher dass du nachladen willst wenn du dich streifst stehst du voll im gas aber der hat gasmaske ne boah der hat sie nicht an Ich komme aber nicht über die Brücke wenn ich das mache Du bist neben Igor, wir sind genau gerade so draußen Ja, aber der Dings kommt nicht raus, der Colt Ja, da ist es also, da muss der Colt halt zurückrennen F*** Warum versuche ich dich zu überreden zu so einem Blut? So ist es versaut Mach nichts, warte mal kurz Bereits Mach auch bereit im Stehen Das hat ein Missgeschick, das mir�רholt ist, nicht so groß Ha, Igor hat immer noch nicht entdeckt Wie auch immer Monika Sundergaard, hier? Ich weiß gerade Unter dem Gas kann man nicht laufen Nicht ins Gas rennen, ich muss gerade sagen Gas ist weg Sektorisch, Ulzer Aber In diesen Sektoren gibt es nur Kampf Keine Wir werden kurz mal das Sektorversteck schauen Auf Kuchen haben wir ja Einige Sachen Verspotten wir direkt Aber in der nächsten Gucken wir was da hinten kommt Ja, und noch im Angriff Kampf Kampf Statt Das war das hier Ja, wir müssen vor sprinten zu der Klippe und von der Klippe auf die Leute schießen Zeig mal wo die Klippe ist Genau vor uns Genau vor uns Da wo die Steine sind Im Endeffekt Mach Einsatz Monika Sundergaard, hier? Schleichen Doch schleichen Doch schleichen, okay Ach, das meint das da Was ist noch einiges Das gefällt Ich guck mal gar nicht grad Was hier passiert Aber wobei die Rechten jetzt ganz alleine sind Scheiße, die kommen Die kommen hoch, kommen wir lieber hoch Komm hier hoch hoch Die Einzige die jetzt sicher ist, ist die Klippe Die Einzige die jetzt sicher ist, ist die Klippe F*** Voyeur, Thomas Ja? Observe Ich stehe jetzt natürlich mit Bury für den Weg Ich bin ok Bad Los Ich weiß nicht alles Na Ah, ich war einfach nicht gut Ich bin klar zu schaubern Was? Okay Leber etwas konstant м Was? Im! Wof! BIN! ich hasse es wenn die irgendwelche freifetz kriegen und dann einer sehen so den marodeur ja ego hat er die winchester gesagt naja ich wollte eigentlich noch mit dem ding drauf schießen eventuell naja Michael, nein, das hast du gut gemacht ich hab mich nicht hingelegt ich hätte nämlich eh nicht geschossen irgendwie trifft Barry in letzter Zeit nicht so gut mit der neuen Waffe ich weiß auch nicht ob das eine gute Idee ist ihm die zu geben ähm, ich glaube nicht so ich werde definitiv schießen ich glaube Michael ist nicht überzeugt von diesem Schuss quiet and efficient ready alright hm 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 let's move out hm 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 wow hm 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 Das ist schwer. Ich glaube, dass ich ihn... Ich weiß, dass ich ihn... Ich weiß, dass ich ihn... Ich muss ihn mal wiederholen. Ich muss ihn finden, Darmstadt. Prost, um... zu machen was! Uh... Ich war nie gut bei hide-and-seek. Ich habe nichts mehr! Ich habe nichts mehr... Der Mann war wirklich. Ja, die sind zu sehen. Der Mann war wirklich. Denkst du, dass du die Stabber-es-Must-Gehörger hier ist. Soll ich das. Schauen Sie sich für ein Stealth-Kill-Position. Schauen Sie sich für ein Stealth-Kill-Position. Ja? Quiet. Cool. 50 BMG Munition gefunden. Hm. Was? Moving. Wo soll... Ah, da hinten steht der Wichser. Eben hab ich ihn noch gesehen. Quiet and efficient. So, und das sollten sie alle gewesen sein. Observe. Wenn man auf den Feind wie so fließt. Was? Schauen Sie sich für ein Stealth-Kill-Position. Wir haben das. Ich werde zu gehen. Nööö, nööö. Mach mal leid. Wir wollen kein Lidi. Gut. Wir gehen? Wir gehen! Entschuldigung. Ego, warum musst du noch einmal nachladen? Bereit! Lauf, lauf Kamerad! Doppelangriff! Wer kämpft gegen zwei Gruppen auf einmal? Kampf! Los geht's! Eine Runde! Start! So, das hier... Die können von da kommen, die können von da kommen... Ich find die Rechte Ecke gar nicht mal so schlecht... aber da ist auch eigentlich alles ist egal nur nicht die mitte wir sollten noch einigermaßen zusammen bleiben zumindest am anfang bis wir wissen wo die gegner kommen md präsent ich habe dann erst nicht schon gefunden die kunden gibt es ja nicht wirklich raketen schütze noch eine raketenträger hier unten die tippen die einkern die leichen yes becoming undetectable fuck what next okay okay easy shot and an unsuspecting target sicher denn raketenträger vielleicht besser so yes so 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 Aber jemanden, die ich sehe... Ich meine, die Schmerzen, natürlich. Nur die Schmerzen. Nein, nein, das ist alles falsch. Schau, wie ich es mache. Feindlicher Zug noch, da sind aber einige her. Ja, da sind noch zwei Truppen, man. Jetzt kommen die ganzen Hyänen. Oh mein Gott, das ist noch mehr. Geht. Der Schmerzen hat mich verletzt, meine Position. Es tut! Es tut! Da hast du eine Rakete platt gemacht, ne? Ja. Ja. Hm, ne. Das wird nicht funktionieren. Die Frage ist, wenn die Hunde hochkommen, wo laufen die lang? Hm. Hm. Ich glaube nicht, dass sie es schaffen, in einer Runde Balsam zu kommen. Das glaube ich auch nicht, weil hier ist ja... Die müsste von da drüben kommen. Ja. Ich bin bereit, ja. Das werden wir jetzt sehen. Oh, bitte. Ah, was? Ja, der springt aber. Aber er kann nicht. Ja, okay, aber das heißt, wir müssen vollen, nicht? Ja. Die Späher haben nur blöde Uzi's. Ja. Oh, da sind aber ein paar. Ja. Fast schon eine Granate, die da hinfliegen muss jetzt. Wo sind die Hunde? Da sind sie. Da und da. Da vorne. Das war unser Liefer. Du bist so liebend. Du bist so liebend. Du hast gut gelernt von mir. Ich bin stolz. Ja. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Die Kiste ist geschlossen. Ich bin irgendwie... Ich kann nur blind vorwärmen. Aber immerhin habe ich ihn ein bisschen getroffen. Mhm, ich wollte gerade vorwärmen. Jetzt bin ich wieder zu weit weg. Gehen da? Oh, ich kann es nicht tun. Vielleicht sollte jemand besser als ich diesen Schuss nehmen. Okay, wir sehen uns. Let's go! Sure! Uzi! Gut, sie tun wir ja verkleinern, ne? Ähm, hier liegen in der Tasche zwei Parcours. Das ist Beweglichkeit. Ich denke wohl, das ist immer noch am besten für... Wobei, die hat eigentlich schon einigermaßen Beweglichkeit. Hm. Wir warten, die niedrigste. Wir warten, oder? Wir gehen, oder? Wir gehen, oder? Wir gehen, oder? Wir gehen, oder? Wir gehen. Ähm, Michael hier. Was ist das? Ready, um... ...do was machen? Na, ist klar. Ähm. Ja. Hopp. Das wird ja immer mehr hier, ey. Anstatt weniger. Ha, ha, ha. Oh, ne, weiß. Gäben sie es voll hier. Die letzte Ecke der Legion, oder irgendwie so. Wir haben erschöpft, der Syltner Kult ist erschöpft. Ja. Was machen wir? Ja. Das kriegen wir auch hin, hier. Ah, das ist ja hier, okay. Stell dich zu mir. Mit einem deiner Typen musst du jetzt mehr oder weniger fast die ganze Arbeit machen. Denn... Du wirst mich nicht so stoppen, wie so. Im Endeffekt geht es darum, oben... ...auf dem Hügel da... ...dort sind, äh, ein paar Schützen... Wo ist Bunt? Da. Du musst da hoch... ...wo das Holz Ding ist. Und da musst du zwei, drei Typen platt machen, leise... ...und dich dann oben auf dem Holzpott ist, positionieren. ...und dich dann oben auf dem Holzpott ist, positionieren. ...und mich dann oben auf dem Holzpott ist positionieren. ...König, quiet! ...undetektabel. ...und mich dann auf der מאשste Position! Ich werde versuchen, zu bleiben. Okay. Gute Ambushposition. Oben ist noch einer. Nur ganz hoch gehst. Vorsicht. Schaut für die Stärkung der Bekämpfung. Das wird trivial sein. Gegenüber auf dem Holzpodest. Wenn du... ...das Holzpodest eingenommen hast, ist auch noch ein Scharfschützer. ... 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 Das ist nicht wertvoll. Was ist passiert? Schießen ab. Das war mir so klar, bei. Hä? Riecht sogar? Riecht sogar? Du hast im Prinzip schon das, das, äh, der Hauptarbeit, oder? Super Barry. Die Hauptarbeit mit den Scharfschützen. Hast du schon erledigt. Den Rest müssen wir hier unten wegmachen. Zack. Was? Was? Nee, unser Mr. Stufenaufstieg. Halt! Hier ist was. Stopp, 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 stopp. Die Boons. Was willst du? Always use protective gloves when looting. Oh, was ist denn das? Na, picken Sie. Ja. Barry hat so einen schon. Monica Sundergaard, moving. Order accepted. Ja, jetzt können wir noch einmal eins machen. Wir haben noch so einen unterirdischen Sektor zu clearen. Mhm. Da gibt es meistens gute Waffen und danach kommt eigentlich schon der erste Endkampf. Okay. Und dann haben wir echt einen Marathon hingelegt. Ja. Lasst uns gehen. Granaten. Hast du aber Glück gehabt, Alter? Warte, wie hier, Alter? Ich sehe es gerade von hier drüben, Alter. Oh, was war das denn hier? Oh, es gibt freie Teile. Da ist auch noch einer. Die, wo nicht mal rot leuchten, die, äh... Nicht, nicht hier rein rennen. Das ist, glaube ich, keine sogenannte Säte. Ich will lead. Hier bei mir war noch knapp ein Arbeiten. Da ist es wieder weg. Da ist es wieder. Easy. Ähm. Meine Gedanken genau. Okay. So. Also. Erschöpfte Mann. Folgendes. Wir haben jetzt schon mehr oder weniger... Äh... Wir sind jetzt genau an der... Äh... Am Legion Satz und Posten. Aber... Können runtergehen nach B19. Und dann nach B20. Ich könnte... Ich könnte... Was... Machen wir gleich. Kann ich um das Ding da verpassen. Kannst du? Den Trickschuss. Ja. So, das hat auch die live Feuer... Ich hole mir gerade ein... Ich hole mir gerade ein... Schockte... Ey, wurscht. Trickschuss. Yeah. Verstehticht. Eistee Zeit. Ja. Es geht da drüben ab. Bei den Jungs. Ich muss später mal hier das Ding verlängern. Ja. Das ist aber dummer. Ja. 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 So, also wir können jetzt... Äh... Entweder direkt angreifen. Oder wir gehen runter nach B19. Dann nach... Äh... B20. Und dort gibt es auch einen unterirdischen Sektor. Äh... Wenn man den clearnt, schwächen wir das... Äh... Das Lager. Vom Major. Und es gibt dort meistens guten Loot. Oder wir pfeifen drauf und greifen direkt an. Kabuum! Also... Hä? Kabuum, oder? Was ist Kabuum? Ab dem Major. Ich muss mal platt machen. Na dann los. Nein! Einholen! Scheiße. Okay, mal gucken. Jetzt ist sogar Bunz und Kohl erschützt. Die zwei wichtigste Schafen. Wir machen einen Rückzug. Rückzug. Ach, das geht auch. Erstmal, dass wir einen Rückzug machen. Ah, jetzt haben wir drei erschützt. Ja, dann... Oh! Ein Technikerin. Falls wir doch über den Sektor was bekommen, ne? Ja, jetzt. Wir haben Info über den Sektor. Okay. Was geht's? Das werden ziemlich viele sein. Ja. Oh, ja. 25. Oh, das sieht doch noch aus, ey. Oh, das gibt mega. Flugangriff, bitte. Flugangriff. Ich bin deiner Meinung. Wir müssen hier ganz vorsichtig, einen nach den anderen und so viele wie möglich ohne Alarm auszulösen, umnieten. Ja. So wie beim Major vorhin, bei der Monarch. Ja. Monika Sundergaard, hier? Wohl, die... Ich politikere. Dumm. Der hat sich gebückt, da war er kurz mal dick. Ah was! Oh Gott! Hast du das gesehen? Hätte es schlechter nicht laufen können. Was ist denn jetzt passiert? Das gibt es aber nicht, dass er... Ach Gott, echt jetzt? Okay, das muss der Anna machen dann. Nein, doch nicht. Ich habe meine Position. Was geht da ohne MG? MG gefällt mir aber nicht. Ich mache es so viel zu, der damit sie kiezen. Ich habe es so viel zu fassen. Was heißt das? Green, drei, 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 drei und drei, zwei, drei. Wir müssen so viele wie möglich gut kriegen vorne. Warum schießt der nicht? Oh Scheiße. Ich höre Hunde. Radio. Wo sind die gerade im Kino? Boah sind das viele feindliche Züge, aber wenn die jetzt alle vorbei sind. Ja, tun sie auch. Normal muss man die ausdünnen. Ich sehe aber Hunde eben fallen. Ja, es gibt. Es gibt. Ich werde versuchen zu bleiben. Ja. Ja. Das ist hier doch besser als ich gedacht habe. Dann müssen wir das eine schnelle Runde machen. Oh Perry, du Foto. Prost. Ich kriege sowieso keine. Ich habe hier echt ein Problem mit. Ja. Scheiße, du hast so viel Holz und ich bin so weit weg. Und der Rund weg. Panik. Das wäre echt wichtig gewesen, Barry, dass du die Rakete getroffen hast. Ich wollte nur sagen. Ich wollte nur sagen. Gehen. Ah, ich war nie gut an Husten und Züge. Der wäre ja im Geo-Basen, aber... Ich werde versuchen, zu bleiben zu bleiben. Um, ich glaube nicht so. Es wird mich definitiv bemerken. Ich bin angeklara, lange ich binouth. Ich werde wohl auch nicht zu bleiben. Ich möchte nichts Yourself einladeln. Ich delegiere mich zu einer anderen Regeln. Ich willque in Westphalus sein und schon. Es sei. Das ist absurd. Ready. Bist. 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 Bist.